Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 168 vom 6. Dezember 2019, wir begrüßen euch am Nikolaustag und wir sind in diesem Fall wieder Ulf Burmeier, das bin ich und am anderen Ende der Leitung, begrüßt euch. Philipp Anse, ganz herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch die Hörgeräte ins Ohr gestopft habt. Ja, wie das ihr so kennt, kurz bevor es losgeht, ein paar Hausmitteilungen. Wir haben nächste Woche eine Live-Show in Leipzig am 14.12. Ein paar Tickets gibt es noch, findet ihr unter lage.live und es gibt natürlich auch noch einen Sack voll weiterer Shows. Jo, in der Tat, wir haben nämlich drei Shows Anfang Januar geplant, zunächst mal die in Köln ist leider schon ausverkauft, aber die in Hannover ist die erste unserer Tour, am 9. Januar sind wir in Hannover zu Gast und dann am 12. Januar nächsten Jahres in Freiburg und das ist ein perfektes Geschenk für Weihnachten. Vielleicht macht ihr mal einen Familienausflug zur Lage live. Wie gesagt, Köln gibt es leider keine Tickets mehr, aber Hannover und Freiburg sind zu haben am 9. und 12. Januar. Tickets gibt es wie immer unter lage.live. Wir versuchen auch von allen Sachen einen Livestream zu machen, können dann Abonnenten und Abonnentinnen sich angucken und ihr könnt natürlich auch ein Abo für die Lage verschenken, Link findet ihr in den Shownotes, da bekommt ihr dann die, wie ihr das wisst, Audios ohne Werbung und ihr bekommt eben Zugriff auf solche Sachen wie Livestreams von Live-Veranstaltungen. Wir haben ein neues Konto, das haben wir auch schon gesagt, für Daueraufträge etc. Bitte, 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 bitte umstellen. Das alte Konto gibt es nicht mehr, wurde uns abgezwackt, existiert nicht mehr, wird bouncen und die neue Kontoverbindung findet ihr unter lagedernation.org-konto. Dann noch eine klitzekleine Ausmitteilung quasi von meiner Seite, ich bin diese Woche zugeschaltet, also Philipp und ich sind nicht zusammen, ich sitze nämlich hier in Tutzingen, bin in der Evangelischen Akademie zu Gast, vielen Dank, dass ich hier sein darf, ich habe es hier sehr schön, das war ganz lustig, wer das vielleicht kennt, das ist so ein Schloss, ja, ganz hübsch an einem See gelegen und irgendwie war ich gestern der einzige Gast, ja, ich habe also meine Schlüssel hier so aus einem Schlüsselautomaten gezogen und saß hier in diesem Schloss und die, als ich hier so durchging, die Gänge halten. Aber immerhin, der schöne Blick in den Park und auf den See hat mich entschädigt und so können wir jetzt hier, weil das Internet immerhin halbwegs steht, ich habe ja hier verschiedene Internet-Router, T-Mobile ist nicht so cool hier, aber O2 funktioniert, obwohl es weit auf dem Lande ist und damit können wir hier eine Lage machen. O2 to the rescue, das hat man auch selten, ja. Ja, ganz genau. Ja, die Umfrage ist fertig, einige Leute hatten schon nachgefragt, vor einigen Wochen hatten wir euch ja gebeten. Wochen, Monat, im Juli. Echt, so lange ist das schon her, krass. Ja, in Hamburg. Okay, also die Lage live in Hamburg war Ende August. Ja, wie du mal auch sagst. Ende August, okay, aber es ist schon ein Monat. Ja, jedenfalls ist ein paar Monate her. Gut, da diese Umfrage ist inzwischen fertig, wir haben jetzt gerade die Rohdaten bekommen, schauen uns die nochmal an und die spannendsten Ergebnisse, die gibt es dann vermutlich in der nächsten Lage, das wird übrigens die Lage live in Leipzig schon sein. Genau. Und dann, ja, auch ganz herzlichen Dank, 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 Dank für die ganzen Spenden, die im Rahmen unserer kleinen IBAN-Recherche eingetudelt sind. Wahnsinn. Sagen wir am Ende der Sendung noch ein bisschen mehr, aber könnt ihr natürlich auch noch weitermachen, also die Verlosung, die, also wenn ihr mitmacht und euch in das Formular eintragt, dann könnt ihr ja Kopfhörer gewinnen, das haben wir ja letztes Mal gesagt. Und das könnt ihr also auch weiterhin tun, das Formular ist noch offen und die Verlosung machen wir dann wahrscheinlich in Leipzig, aber auch dafür schon mal, für das alles, was da angegangen ist, das sagen wir gleich noch ein bisschen mehr dazu, danke, danke, danke. Genau, noch mal ganz kurz, nur in Stichworten, wie funktioniert die Verlosung, wir haben ein Formular ins Netz gestellt unter lagedernation.org slash IBAN, dieses Formular könnt ihr ausfüllen mit euren Kontodaten, wenn ihr versucht habt, uns wenigstens einen Cent zu überweisen auf das neue Lagekonto, denn überraschenderweise funktioniert das nicht so richtig gut, bei manchen Banken jedenfalls, stellt sich raus, bei manchen Banken funktioniert es nicht so gut und wir wollen einfach mal rausfinden, bei welchen Banken es klappt und bei welchen nicht, deswegen diese Testüberweisung, einen Cent reicht schon und dann könnt ihr das Formular ausfüllen und bei allen, die das Formular bis zum 13.12. ausfüllen, verlosen wir ein Noise-Cancelling-Kopfhörer nach Wahl, Apple, wie heißen sie, AirPod 2 oder AirPod Pro oder was, diese neue Generation jedenfalls, oder einen schönen Noise-Cancellation. Also, um ein bisschen private Altersvorsorge, da kommt ihr heute nicht drum rum, aber auch sonst kann es sehr cool sein, ein bisschen Geld anzusparen, sei es um mal ein Jahr Auszeit zu nehmen zum Beispiel oder für eine längere Reise oder auch als Eigenkapital, um mal eine Wohnung zu kaufen oder sowas. Wer seine Ersparnisse aber nur auf dem Konto lagert, der verliert durch Inflation und aktuell super niedrige Zinsen reales Geld. Wie aber könnt ihr euer Geld sinnvoll anlegen? Wie soll man auf Entwicklung an den Börsen zum Beispiel reagieren? Dabei helfen euch die Leute vom Vermögensverwalter Fidelity. Die verwalten über 360 Milliarden Euro. Und Fidelity hat jetzt ein neues Produkt, das nennt sich Fidelity Wealth Expert. Damit helfen sie auch privaten Anlegern, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Ihr füllt einfach einen ausführlichen Online-Fragebogen aus. Da geht es um sowas wie Risikobereitschaft, Anlageziele, auch eure finanzielle Situation insgesamt. Und anschließend bekommt ihr vom Fidelity Wealth Expert einen unverbindlichen Anlagevorschlag für ein breit diversifiziertes, also breit aufgestelltes Portfolio. Schlagt ihr ein, wird euer Portfolio dann übrigens aktiv gemanagt. Also nicht von Maschinen, sondern von Menschen, die Investmentwerkzeuge nutzen, die sonst nur institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen. Online investieren, wie die Profis zu günstigen Konditionen. Schaut es euch mal an unter fidelity.de-investieren-leichtgemacht. Ja, da sind wir wieder und kommen zu unserem ersten Thema. Das ist quasi ein Follow-up zur letzten Folge. Wir gehen nochmal kurz ein auf den SPD-Parteitag. Der läuft ja jetzt, der in diesen Stunden, wo wir die Lage aufnehmen begonnen hat, nämlich am Freitagmorgen. Für diese Parteitage, eine gewisse Richtung geben ja die sogenannten Leitanträge vor. Das ist quasi so die politische Positionierung des Parteivorstands. Und da ist interessant zu beobachten, dass zwar eine ganze Reihe Sachthemen auf der Tagesordnung dieses Leitantrags stehen. Stichwort Klima. Ja, dort wird ein sozial gerechter und wirksamer CO2-Preis gefordert. Insbesondere ist auch auf den letzten Meter noch reinredigiert worden in diesen Leitantrag, dass dieser Preis auch erhöht werden muss. Das war ja im sogenannten Klimakabinett gerade abgestimmt worden. Wir erinnern uns, der wohl mutmaßlich nicht wahnsinnig wirksame CO2-Startpreis von 10 Euro. Der allerdings, das muss man ehrlich sagen, auch auf Wünsche der SPD zurückging. Das heißt, auch die SPD wollte da keinen höheren Preis. Jetzt steht ausdrücklich drin, der müsse höher ausfallen. Jedenfalls im Leitantrag. Wir müssen abwarten. Aber es steht auch keine konkrete Zahl drin. Nee, das steht nicht drin. Es kursierte ja vor dem Klimagipfel aus SPD-Kreisen mal 40 Euro. Davon ist jetzt nicht mehr die Rede. Dafür gibt es eine andere konkrete Zahl, nämlich der Mindestlohn. Der soll nach Forderung dieses Leitantrags auf 12 Euro erhöht werden, wobei das als Ziel definiert ist. Das heißt, das muss nicht unbedingt in einem Schritt passieren. Denn interessant ist eine Leerstelle in diesem Leitantrag, nämlich keine Positionierung zur Großen Koalition und deren weiteren Schicksal. Insbesondere Norbert Walter-Borjans, einer der beiden von den Basismitgliedern der SPD ja quasi ins Rennen geschickten Kandidaten für den Parteivorsitz, wo alle damit rechnen, dass er neben Saskia Esken gewählt werden wird, sagt nämlich zum Thema GroKo, Der Ausstieg aus der Großen Koalition ist kein Selbstzweck. Es geht um Inhalte, nicht um rein oder raus. Das ist ja die Frage. Also warum steht dieser GroKo-Ausstieg jetzt nicht auf der Tagesordnung? Fühlen sich ja viele verraten, sagen so, ja, wir haben euch gewählt, weil ihr gesagt habt, ihr verlasst die GroKo, jetzt aber irgendwie doch nicht. Wie siehst du das? Ja, das ist ganz interessant. Also wir haben uns auch so ein bisschen gefragt, ist es nicht ein Verrat an den Linken in der SPD, ist es nicht ein Verrat an der Basis, ist es nicht ein Verrat an den Leuten, die Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gerade deshalb gewählt haben, weil sie so deutlich oder jemals relativ deutlich für einen Ausstieg aus der GroKo geworben haben, wobei man immer sagen muss, Saskia Esken war ganz klar, dass sie der GroKo keine Zukunft gibt. Bei Norbert Walter-Borjans klang das auch im Vorfeld der Mitgliederbefragung nicht ganz so eindeutig. Jedenfalls verrat an den Linken, man weiß es nicht so richtig. Also man hört aus der SPD praktisch keine Stimmen mehr, die einen baldigen oder gar sofortigen Ausstieg aus der GroKo fordern. Es kommt jetzt einfach quasi aus allen Richtungen der Partei entweder eine klare Warnung vor dem Ausstieg oder eine Betonung von Sachfragen. Ja praktisch niemand fordert raus, egal wie. Selbst Kevin Kühnert hat ein, sagen wir mal, zumindest missverständliches Interview gegeben. Ich glaube der Rheinischen Post musste dann sogar ein paar Stunden später in einer Videobotschaft zurückrudern, weil er nämlich so verstanden werden konnte, als sehe auch er jetzt die GroKo durchaus als diskussionswürdig an. Er hat das dann überklagt. Das ist zugespitzt von den Journalisten, aber das ist jetzt nicht absurd. Und ich meine, Kevin Kühnert ist inzwischen totaler Politprofi. Wenn der sowas Ambivalentes sagt, dann weiß er natürlich, wie das gelesen wird. Ich habe das so verstanden, dass auch Kevin Kühnert, sagen wir mal, zumindest mal so ein bisschen rechts blinken wollte, auch wenn er natürlich weiterhin im Grunde auf Linkskurs ist. Also wie gesagt, man weiß es nicht so richtig. Es gibt aus der SPD im Grunde kaum noch Stimmen, die sagen oder ich habe gar keine gesehen in den letzten Tagen, die klar sagt, wir wollen da raus. Es wird jetzt in den Vordergrund immer die Sachauseinandersetzung geschoben. Das ist auch aus taktischer Sicht, glaube ich, ganz sinnvoll. Wir haben das in der letzten Folge auch schon gesagt, wer jetzt einfach nur aus taktischen Gründen aussteigen würde aus der GroKo, der würde damit sicherlich bei den Wählerinnen und Wählern keine Punkte machen. Sondern wenn man die GroKo platzen lassen will, dann muss man das über eine Sachfrage tun oder über mehrere Sachfragen. Und ich denke, genau dazu nimmt die SPD jetzt Anlauf. Jetzt werden Sachpositionierungen in den Parteitag hineingetragen. Mal schauen, was aus dem Leitantrag wird. Das wissen wir noch nicht. Es ist noch nicht mal die Vorstandswahl durch zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Insofern müssen wir letztlich abwarten. Aber der Parteitag scheint im Zeichen der Einigung zu stehen. Das sieht man auch an einem weiteren Detail. Es gab nämlich ursprünglich die Erwartung, dass um die Beisitzerposten, das waren mal drei, die jetzt zur Wahl stehen sollten, hart gerungen werden sollte. Unter anderem gab es nämlich die Erwartung einer Kampfkandidatur zwischen Kevin Kühnert, einem immerhin relativ klaren GroKo-Gegner, und Hubertus Heil, dem Sozialminister, und klarem GroKo-Mann. Das heißt also, diese Kandidatur der beiden um einen der drei Beisitzerposten wurde wahrgenommen als Richtungsentscheidung, GroKo ja oder nein. Aus dieser Richtungsentscheidung, die natürlich wiederum auch Spaltpotenzial geboten hätte, wird jetzt aber nichts. Denn die SPD hat einfach die Zahl der Beisitzerposten auf fünf erhöht. So ist jetzt also für alle Platz. Es wird keine Richtungsentscheidung geben in Gestalt einer Personalentscheidung. Und wir müssen im Grunde abwarten, ob man am Ende dieses Parteitages überhaupt irgendeine Richtungsentscheidung bekommen wird. Meine persönliche Erwartung ist, die SPD wird mit einer Reihe von Sachforderungen an die Union aus diesem Parteitag gehen und wird dann in die Verhandlungen gehen. Und letztlich wird man bei diesen Verhandlungen erst sehen, wie deutlich denn tatsächlich der Wille der SPD ist, rauszugehen aus dieser großen Koalition. Interessant finde ich vor allem die Reaktion der Union auf die SPD-internen Debatten. Aus der Union gibt es nämlich immer wieder die Drohungen oder auch die Lockrufe, die immer in dieselbe Richtung gehen. Macht doch einfach gute Sachpolitik, dann werdet ihr auch wieder gewählt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich spannend, denn jedenfalls bisher ist diese große Koalition aus Sicht der SPD so schlecht gar nicht gelaufen. Viele sagen ja, wir haben eine ganze Menge sozialdemokratischer Positionen umgesetzt. Nur bei den Wählerinnen und Wählern kommt nichts an. Und da finde ich es schon sehr interessant, dass die Union denen sagt, macht einfach weiter so, dann wird es schon werden. Dafür spricht bislang jedenfalls erstmal nicht so wahnsinnig viel, oder was denkst du darüber? Also wie gesagt, der Parteitag, der läuft ja noch und ich bin gespannt, es wird kaum davon auszugehen, dass Esken und Walter Beuerns da jetzt nicht gewählt werden, aber das wird sicherlich. Dass sie nicht gewählt werden. Dass sie nicht gewählt werden, Entschuldigung, dass sie nicht gewählt werden, das wäre schon die nächste sehr große Überraschung. Wie gesagt, man ist bei der SPD ja davor nicht gefeit, aber ich denke, wir gehen es mal davon aus, ansonsten ist das dann Thema wieder nächste Woche. Ja, wir kommen zu unserem nächsten Thema. Wir haben uns ja vorgenommen, in der Lage der Nation häufiger auf Bildungsthemen einzugehen. Und in dieser Woche sind ganz spannende Ergebnisse herausgekommen aus dem berühmt-berüchtigten PISA-Test. Philipp, wie steht Deutschland denn da? Ja, Deutschland steht mittelmäßig da. Vielleicht muss man vorher mal was zu diesem Test sagen. Er wurde zum siebten Mal ja durchgeführt von Forschern und Forscherinnen von der OECD, also dieser Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Letztlich so eine Interessenvereinigung der Industriestaaten, kann man vielleicht sagen. Es sind auch ein paar Schwellenländer dabei, aber um die geht es letztlich und die haben weltweite Schulen vermessen. Also in Deutschland, ich glaube mehrere, weltweit habe ich es jetzt gerade nicht, aber in Deutschland haben knapp 5.500 Jugendliche teilgenommen. 15 Jahre waren die Jungs und Mädchen alle alt. Und da wurde getestet, Lesen, Mathe und Naturwissenschaften. Und es gibt so ein bisschen Kritik auch an den Methoden dieses Tests. Also Heiner Barz vor allen Dingen, Leiter der Abteilung für Bildungsforschung und Bildungsmanagement an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf. Der hat Tagesschau.de ein Interview gegeben und der sagt, ja, in Deutschland ist das alles ziemlich korrekt. Und da werden die Schüler auch entsprechend ausgewählt und genau wie das vorgegeben wird von den Forschern und Forscherinnen. Aber in anderen Ländern, da werden auch noch die schwachen Schüler mal nach Hause geschickt, beziehungsweise ihnen wird nahegelegt, sich krank zu melden, hat er gesagt. Und Deutsche wüssten halt so mit Multiple-Choice-Tests nicht so viel anzufangen, weil das an deutschen Schulen nicht so üblich ist und, und, und. Also da gibt es auch Kritik an der Methode, aber dennoch hat dieser Test ja zumindest in der Vergangenheit durchaus einiges bewegt. Da gab es ja diesen PISA-Schock, 2001 war das jetzt, 18 Jahre her. Damals schnitten halt deutsche Schüler unterm Strich wirklich sehr, sehr schlecht ab, weit unter dem internationalen Mittelmaß. Und seitdem hat sich eine Menge getan, da wurden Ganztagsschule eingerichtet und, und, und. Da wurde also viel Bildungspolitik betrieben und seitdem ging es eigentlich immer bergauf bis jetzt. Also 2019 jetzt, das Ergebnis ist je nach Perspektive doch eher ernüchternd. Und also in allen drei Bereichen sind deutsche Schüler und Schülerinnen besser als der OECD-Durchschnitt zumindest. Also wir sind jedenfalls schon mal nicht in der zweiten Hälfte, ja, ganz anders als im Bereich Internetzugänge zum Beispiel. Also die sind zumindest, was den Durchschnitt angeht, in der oberen Hälfte, so gleichauf auch mit Ländern wie USA, Schweden, UK, Frankreich, so Pi mal Daumen. Aber dieser Aufwärtstrend, den es halt in den letzten 18 Jahren gegeben hat, das ist immer, dass die Schüler und Schülerinnen immer besser wurden, immer besser wurden, der scheint gestoppt. Und bei Mathe- und Naturwissenschaften, da geht es sogar wieder nach unten. Das ist so das erste ernüchternde Ergebnis. Das zweite ist, da haben wir ja auch oft darauf hingewiesen hier, dass die Schere zwischen den starken und den schwachen Schülern in Deutschland so groß ist wie kaum in einem anderen Land. Und sie geht eben immer weiter auseinander. Also Beispiel, elf Prozent der Schüler und Schülerinnen, 15-Jährigen hier verstehen komplexe Texte. Elf Prozent verstehen komplexe Texte und können auch sowas wie Quellenkritik machen. Also, taugt der Text was? Ist das eine Meinung? Ist das ein Fakt? Kann man dem trauen? Inwieweit kann man dem trauen? Woher kommt das? Das können elf Prozent, aber auch da wird es immer weniger, die das können. Und am unteren Ende sind 21 Prozent der 15-Jährigen, die getestet wurden, die kaum lesen können. Also und da steigt die Tendenz. Also es werden immer mehr. Die können aus einfachen Texten mitunter nicht mal die wichtigsten Informationen entnehmen und das nach neun Jahren Schule. Das klingt nicht gut. Nee, das ist schon ziemlich besorgniserregend. Aber die PISA-Studie ist ja zunächst mal einfach eine Erhebung, wie steht es denn quasi beim Output? Was können die Schülerinnen und Schüler? Oder fragt die PISA-Studie auch danach, wie es zu diesen ja jedenfalls in Teilen nicht gerade erfreulichen Ergebnissen kommt? Fragen Sie nicht direkt, aber das wird natürlich immer implizit deutlich. Also das betrifft dann diese dritte Erkenntnis, die mit der zweiten eigentlich eng zusammenhängt. Nämlich, und da haben wir auch oft schon darauf hingewiesen, wenn wir darüber gesprochen haben in der Lage, dass die Leistungen der Schüler und Schülerinnen extrem davon abhängen, aus was vom Elternhaus sie kommen. Und zwar, ob das Elternhaus viel Geld zur Verfügung hat, ob die Eltern eine ausführliche Bildung genossen haben oder eben nicht. Ist das der Fall? Bist du in der Schule wahrscheinlich gut? Ist das nicht der Fall? Bist du wahrscheinlich eher nicht gut? Und Deutschland gleicht diese unterschiedlichen Startchancen, die ja auf eine Art völlig normal sind, so schlecht aus wie kaum ein anderes Land. Nur in drei OECD-Ländern ist der Abstand zwischen den Herkunftsgruppen größer. Und auch hier geht die Schere immer weiter auseinander. Und das dritte ist, das vierte kann man sagen, ist, dass viele Lesen für Zeitverschwendung halten. Jetzt kann man sagen, okay, die Hälfte liest immerhin noch. Das finde ich, ja, okay. Fünftens, Jungen, da haben wir auch darauf hingewiesen im Rahmen mit einer anderen Untersuchung. Jungen sind nicht mehr automatisch gut in Mathe- und Naturwissenschaften. Also die haben, Mädchen haben deutlich aufgeholt, in einigen Bereichen sind Jungen deutlich schlechter geworden und die Mädchen haben den Vorsprung beim Lesen ausgebaut. Das sind so ein paar zentrale Erkenntnisse. Aber was eben, das ist für mich so das Take-away davon, was in dieser Geschichte ganz deutlich wird, ist, dass das zentrale Problem des Bildungssystems, der Umgang ist mit Menschen, deren Eltern nicht in Deutschland geboren sind. Ist das ein Problem oder ist das eine Herausforderung? Ja, das ist genau, Martin Spiewak hat da zu einer Zeit was geschrieben. Also vielleicht, der das, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht hat. Also zunächst mal zu den Zahlen. 2009 waren unter den getesteten 26 Prozent mit Migrationshintergrund. Also das bedeutet im Zusammenhang mit diesem Test, mindestens ein Elternteil stammt aus dem Ausland. 26 Prozent vor zehn Jahren. Heute sind es 36 Prozent. Also ein deutlicher Zuwachs von Kindern, wo mindestens ein Elternteil nicht aus Deutschland kommt, sondern aus dem Ausland. Und diese Kinder, diese Jugendlichen, die sprechen, das zeigt die PISA-Test auch, deutlich weniger Deutsch zu Hause, als das noch 2009 der Fall war. Und jetzt sagt Spiewak in der Zeit, also das ist so wirklich ein anerkannter Bildungsjournalist, der das seit Jahrzehnten macht. Der sagt, die deutschen Kompetenzverluste erklären sich vor allem aus der gewachsenen Zahl lese- und rechenschwacher Einwandererkinder. Jugendliche ohne Migrationshintergrund haben dagegen teilweise zugelegt, das deutsche Bildungssystem ist in großen Teilen ein Migrationsproblem. Und jetzt kann man natürlich aber auch, jetzt kann man natürlich einerseits, die AfD wird natürlich sagen, ja haben wir ja gleich gesagt, jetzt ruinieren die uns ja auch noch das Bildungssystem. Grenzen dicht, alle raus und gut. So. Spiewak dreht das aber um. Er sagt, das größte Problem der Migranten ist das deutsche Schulsystem. Denn der typische Migrantenschüler ist kein Flüchtlingskind. Ihr Anteil an diesen PISA-Getesteten ist minimal. Der typische Schüler aus einer Einwandererfamilie oder Schülerin wurde vielmehr in Deutschland geboren, hat einen deutschen Pass und besucht seit der ersten Klasse eine deutsche Schule. Nur hat er hier offenbar das Falsche gelernt, beziehungsweise vom Richtigen zu wenig gelernt, denn Lesen, Schreiben und Rechnen. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Lesart, dass natürlich wahnsinnig viel passiert ist. Wir haben Ganntagsschulen, wir haben Kitas, die ihre Selbstverständnis auch verändert haben. Hauptschulen wurden in vielen Bundesländern abgeschafft, die ja für viele so eine Sackgasse geworden sind. Also da ist schon einiges passiert. Und trotzdem scheint unser Bildungssystem für diese Kinder nicht genug zu machen. Das ist einfach für diese Art von Kindern, die hier geboren werden, die hier aufwachsen, da hat unser Schulsystem das falsche Angebot. Oder zumindest ein unzureichendes Angebot. Ja gut, ich meine, ich sage mal ganz ehrlich, vielleicht sind die Probleme der Kinder, wo manche Eltern oder ein Elternteil zumindest einen Migrationshintergrund hat, gar nicht so weit weg von den spezifischen Herausforderungen von Kindern, wo eben auch beide deutsche Eltern einen bildungsfernen Hintergrund haben. Das ist ja gar nicht so abwegig davon auszugehen, dass es neben den Sprachproblemen auch schlicht und untergreifend eine Frage ist, welches Bildungsniveau bringen eigentlich die Eltern mit? Genau. Also da gibt es sicherlich, also wenn du dir die Grundprobleme anguckst, Leseschwäche, Rechenschwäche, soziale Schwächen, dann gibt es sicherlich in dieser Gruppe mit Kindern, die diese Probleme haben, große Gemeinsamkeiten zwischen bildungsfernen Kindern aus Migrantenfamilien und bildungsfernen Kindern, deren Eltern auch hier in Deutschland geboren sind. Und was Spiewak in der Zeit anregt, das finde ich ganz sinnvoll und er zitiert ja auch Bildungsforscher, er sagt eigentlich, dass sich so bei diesen Risikoschülern, wie er das nennt und Schülerinnen, die Konzentration eigentlich aufs Wesentliche gehen müsste. Also wenn die in der ersten Klasse mitkriegen, da kann jemand schlecht lesen, dann muss das halt massiv gefördert werden durch Leseübungen jeden Tag und dann fällt man für die Kinder auch mal Erdkunde aus oder sowas. Aber er sagt, das ist das ganz Zentrale, weil wenn du das nicht drauf kriegst, dann kommst du da nie wieder hinterher und dafür brauchst du natürlich Ressourcen und er plädiert halt auch für eine gezieltere Förderung. Also er sagt, Schulen oder das Geld an Schulen wird heute häufig noch nach dem Prinzip Dieskanne verteilt, also pro Schüler gibt es Geldeinheit X oder Schülerin, aber er sagt halt, dass Schulen, die mit solchen Risikoschülern und Schülerinnen zu tun haben, natürlich vor allen Dingen gefördert werden müssten. Ja, da müsste also primär das Geld hin, denn die brauchen das Geld und das ist sozusagen auch eine Gerechtigkeitssache, wer wenig hat, dem muss man halt, dem muss die Gemeinschaft viel geben, damit die Startchancen halt gleich sind. Aber er weist halt auch darauf hin, auf so eine Studie der Böll-Stiftung, dass eben viele Schulen tatsächlich auch so einen komischen, falsch verstandenen Schongang offensichtlich einlegen für schwache Schüler und Schülerinnen. Schongang nach dem Motto, das heißt, wer ohnehin schon, sagen wir mal, mit ein bisschen weniger Lernstand in den Unterricht kommt, der wird dann auch noch geschont, um ihn bloß nicht zu überfordern. Ja, genau, bloß nicht überfordern, die haben es ja eh schon schwer und so und da sagt Spielwerk auch, Schüler lernen und Schülerinnen lernen dann viel, wenn Lehrer ihnen viel zutrauen und zumuten, eben auch viel zu lernen. Und da glaube ich, steckt eine Menge Wahrheit drin und trotzdem auch noch hier der Hinweis, die Schule kann das natürlich nicht alles leisten. Ich glaube, das ist illusorisch zu glauben, dass Schule allein diese riesigen Startchancen allein völlig ausgleichen kann. Soll sie auch nicht, aber ich glaube schon, dass man erwarten kann vom deutschen Schulsystem, dass sie auch diesen Kindern, die zu Hause kein Deutsch sprechen, die sehr schwierige Staatsvoraussetzungen haben, dass sie das hinkriegt, dass die nach neun oder zehn Jahren, wann immer sie die Schule verlassen oder nach 13 oder 12, halt vernünftig lesen, schreiben und rechnen können. Und das ist offensichtlich längst nicht bei allen der Fall und dazu gehört, und da haben wir auch drüber gesprochen damals mit dem Zitat von Marcel Fratscher vom DEW, das Entscheidende passiert in der Kita, in diesen ersten fünf Lebensjahren. Was du da nicht mitbekommst, das ist wahnsinnig schwer aufzuholen, da kann die Schule noch so gut sein und auch deswegen hier wieder der Appell, mehr in die frühkindliche Erziehung. Die Kinder müssen eher in die Kita, die Kitas müssen besser ausgestattet sein, brauchen auch ein anderes Selbstverständnis und da muss Sprachförderung im Mittelpunkt stehen für diese Kinder, weil die das sonst nicht gebacken kriegen. Ja, und nicht etwa, und das ist ja immer das ganz Wichtige, nicht etwa, weil diese Kinder jetzt irgendwie nicht schlau genug wären oder deren Eltern nicht schlau genug wären, sondern es ist schlicht und ergreifend eine Frage, wie viel sie gefördert und auch gefordert werden können. Genau, also natürlich gibt es da auch mit einer unterdurchschnittlichen Intelligenz und so, das ist ja selbstverständlich, wie das überall so vorkommt, aber es geht ja wirklich darum, allen dieselben Chancen zu ermöglichen. Ja, mir geht es einfach nur darum, darauf hinzuweisen, weil das jetzt, weil die Überschrift immer schnell Migration ist und da gibt es dann natürlich ganz schnell irgendwelche Leute vom rechten Rand, die dann so an genetische Ursachen denken nach dem Motto, jetzt mal ganz polemisch formuliert, der Syrer hat es halt nicht so in der Birne, aber so sieht es halt nicht aus. Das Problem ist eben gerade nicht, dass die aus irgendwelchen Gründen grundsätzlich nicht so schlau wären, wie Menschen, die in siebter Generation hier in Germanien vor sich hin leben, sondern das ist halt letztlich einfach eine Frage, wie viele Anreize bekommt man als Kind, wie viele Zeiten können sich Eltern auch nehmen, aus sozialen Gründen, um Kinder zu fördern. Ja, vorlesen. Oder ganz banal mit Kindern sprechen, oder wie reagiere ich denn eigentlich, wenn mein Kind mir Fragen stellt, habe ich dann die Zeit, empathisch darauf einzugehen oder bin ich dann gestresst, weil ich jetzt gerade irgendwie von meinem dritten Fünf-Euro-Job komme. Also das ist einfach, der soziale Hintergrund der Eltern, die eigene Bildungserfahrung der Eltern reproduziert sich eben ganz deutlich und das ist eben der zentrale Punkt, es geht nicht darum, wo kommen Menschen her, sondern Migrationshintergrund hat nicht etwa, wie soll ich sagen, irgendwie genetische Probleme mit sich, oder bringt nicht genetische Probleme mit sich, sondern bringt Probleme des Bildungsstandes der Eltern mit sich. Aber natürlich auch nicht immer, das muss man ja auch wieder relativierend dazu sagen, es gibt natürlich auch Menschen, keine Ahnung, die zum Beispiel in zweiter Generation in Deutschland leben, die ursprünglich mal aus der Türkei kamen, ja familiär, die längst quasi auch im deutschen Bildungswesen reüssiert haben und keine Ahnung Rechtsanwälte sind oder Ärztinnen oder so. Ja, dass nur das bitte jetzt keiner falsch versteht, aber es gibt eben nach wie vor viele Menschen mit migrantischem Hintergrund, die auch in zweiter Generation relativ bildungsfern leben und da ist eben das große Problem, dass unser Bildungswesen es bislang nicht schafft, diese Reproduktion des Bildungsstandes der Eltern dann zu durchbrechen, wenn der Bildungsstand der Eltern klein war. Wir wollen natürlich nicht, dass Kinder von gut ausgebildeten Eltern später dann wieder dümmer werden, ja in die Richtung soll sich nicht durchbrochen werden, aber es sollen halt die gefördert werden, wo die Eltern vielleicht noch nicht ganz so viel mitbringen. Das Frustrierende ist so ein bisschen daran, dass diese, wie das bei vielen Erkenntnissen immer so ist, sich lange angedeutet hat, also Forscher haben schon vor fast zehn Jahren fast auf den Prozentpunkt genau die Zahl derer benannt, die Probleme jetzt haben beim Lesen. Fast auf den Prozentpunkt genau, exakt mit dieser Begründung, dass sich die Gesellschaft ändert, dass wir mehr Zuwanderung haben, dass sich das mehr durchmischt etc. etc. Und das, finde ich, ist das Frustrierende daran, dass die Politik, die Bildungspolitik in Deutschland es offensichtlich im Ganzen, übers Ganze gesehen bisher zu schlecht geschafft hat, sich darauf einzustellen. Es gibt unterschiedliche, die einen Bundesländer machen das so, Hamburg hat da ein paar Erfolge, die andere nicht haben und, und, und. Das kann man wahrscheinlich, da kann man im Einzelnen immer Erfolge finden, aber der PISA-Test zeigt eben, dass es in ganz Deutschland, über die ganzen Schüler, reicht es halt nicht, es ist zu wenig. Jetzt sagen natürlich immer, das muss man da fairness halber auch sagen, die, die diesen PISA-Test durchgeführt haben, auch so eine Professorin, Mathe-Professorin von der, glaube ich, TU in München, die damit sich verantwortlich gezeichnet hat, die sagt, naja, sehen wir es mal so, unter diesen erschwerten Bedingungen leisten die Schulen eigentlich gute Arbeit. So kann man es auch sehen, ja, deswegen Glas leer, Glas halb voll, Glas halb leer, da kann sich jetzt jeder raussuchen oder jeder raussuchen, wie sie das sehen mag, ich finde immer, es ist zu wenig. Ja, ich denke auch, ich denke auch, man muss die Verantwortlichkeiten richtig verteilen, ich habe eben auch sehr deutlich den Eindruck, dass es nicht an der einzelnen Schule liegt und auch insbesondere auch nicht an den einzelnen Menschen, die in der Schule arbeiten, ja, da, ich habe auch eine ganze Reihe von Lehrerinnen und Lehrern im Freundeskreis und auch in der Familie und, ich habe da deswegen immerhin so anekdotische Evidenz und sehe da, dass die also richtig ranklotzen in aller, aller Regel, das große Problem ist eben die Personalausstattung und das beginnt schon bei der Ausbildung von neuen Lehrerinnen und Lehrern an den Universitäten, dass da einfach zu wenig Plätze zur Verfügung stehen, Hörseite überfüllt sind und so. Also da würde ich deine Einschätzung absolut teilen, Philipp, insbesondere auf Landesebene ist da einfach, ich sage mal, seit Generationen wirklich was verpennt worden, jedenfalls aber seit Dekaden und ja, und zwar parteiübergreifend. Das ist wirklich ein Problem, dass immer wieder in unserer Demokratie eben doch sehr auf den Tag geschaut wird und die nächsten zwei, drei Jahre und wie gewinne ich die nächste Wahl und zu wenig die mittel- bis langfristige Perspektive in den Blick genommen werden. Das kann man, das kann man erklären, ja, das kann man aus der Logik des politischen Systems erklären, aber von den Ergebnissen her gedacht, ist das echt eine Katastrophe. Ja, man muss auch sagen, es hat sich natürlich was getan, wahrscheinlich der tiefgreifendste Wandel waren die Einführung der Ganztagsschulen. Das ist, ich finde das, und lass mich das sagen auch Bildungsforscher, das ist eine wichtige infrastrukturelle Veränderung, nur bringt es halt wenig, wenn dann während des Tages die Kinder irgendwie nicht strukturell lernen und Sprachförderung kriegen und am Nachmittag Sprachförderung kriegen, sondern wenn sie dann halt spielen oder unter irgendwie einer Aufsicht von irgendjemandem versuchen, Hausaufgaben zu machen, was dann aber auch nicht klappt und dann läppert der Nachmittag so ein bisschen aus. Ja, das kenne ich so ein bisschen aus meinem privaten Umkreis und kann man auch in Artikeln nachlesen. Also dann ist zwar der Topf Ganztagsschule da, er muss dann aber auch mit einer leckeren Suppe gefüllt werden, sonst bringt es nichts. Aber immerhin ist die Infrastruktur da, also das würde ich tendenziell positiver sehen, wenn erstmal die Infrastruktur da ist und man sich gesellschaftlich erstmal daran gewöhnt, dass die Kinder länger in der Schule sind, dann kann man ja mit besserem Personal oder vor allem mehr Personal in den Schulen ja langsam nachsteuern. Erstmal finde ich es wichtig, überhaupt diesen Sprung zu machen, denn weißt du, du kannst halt auch nicht mehr Personal so richtig da sinnvoll beschäftigen, wenn die Kinder nicht da sind, das ist ein bisschen so ein Henne-Ei-Ding. Okay, letzter Punkt vielleicht zum Thema Bildung, ich war vor ein paar Tagen auf einer Veranstaltung als souverend, ging es im Wesentlichen um Hass im Netz eigentlich und da fand ich nämlich auch ganz interessant, dass da auch eine Lehrerin sich sehr deutlich geäußert hat und meinte, naja, das große Problem ist halt, dass die Schulen auch von extern zu wenig Unterstützung bekommen und dass diese Unterstützungsprogramme, die es bislang gab, dann häufig auch zurückgefahren werden. Es gibt ja vom Bundesfamilienministerium dieses Programm Demokratie leben, ja, das in letzter Zeit sehr unter Beschuss geraten ist, weil alle möglichen Projekte, die außerordentlich vielversprechend aussahen, nicht mehr weiter gefördert wurden. Von fast 300 Projekten ist es jetzt runtergefahren worden, das Programm auf etwa 140 Programme, deswegen stand auch das Ministerium sehr unter Beschuss und da war jetzt der zuständige Referatseiter da. Zum Beispiel auch hier Exit, ne? Genau, die werden ja auch beinahe indefundet worden, ne? Die haben jetzt zwar eine Weiterförderung bekommen auf den letzten Metern, aber das war ja auch extrem. Aber das sind so Projekte, die darüber gefördert werden, ne? Ja, ganz genau. Um Aussteigern aus der rechtsextremen und islamistischen Szene zu helfen, rauszukommen, gibt es halt so Organisationen wie Exit und die werden halt fast eigentlich zu 100 Prozent bezahlt aus solchen Programmen. Ja, ganz genau. Und dieses Programm Demokratie leben hat halt eine breite Palette gefördert von Projekten, die sich insbesondere mit dem Problem des Rechtsextremismus auseinandersetzen und da sind jetzt ganz viele nicht weiter gefördert worden und da fassen sich natürlich Menschen an den Kopf, wie kann das sein? Ja, wir haben ein Riesenproblem mit Nazis überall, wieso werden dann ausgerechnet staatliche Förderprogramme zurückgefahren? Sind die denn alle verrückt? Und da hat dann aber der Referatsleiter, fand ich, immerhin ganz interessante Aspekte in diese Diskussion eingebracht. Er sagte nämlich zum einen, naja, der Bundestag hat es ja auch bei den Haushaltsberatungen vor kurzem abgelehnt, überhaupt mehr Geld in den Topf zu tun. Ja, das hätten die Bundestagsabgeordneten ja tun können. Ganz offensichtlich war das in einer großen Koalition nicht mehrheitsfähig, dass dieses Programm Demokratie leben gerade heute besonders wichtig ist, wo man sich auch nur noch an den Kopf fassen kann. Also er brachte dann so den Vergleich, dass die Sanierung der Gorch Fock, dieses maroden Schulschiffs der Bundeswehr, wo die Ursula von der Leyen diese Sanierung nicht vernünftig gemanagt hat als Verteidigungsministerin, dass also die Sanierung dieses Segelschulschiffs mehr Geld verschlingt als das gesamte Demokratieförderprogramm, wo man sich natürlich nur noch an den Kopf fassen kann. Wie kann das sein? Was ist das bitte für eine Prioritätensetzung? Ja, so ein Schiffchen, das dann irgendwie, ja, wir kennen das aus der Beckswerbung, das ist irgendwie ein Schwesterschiff, wenn ich es richtig erinnere, ja, so irgendwie dieses Sail Away und so. Wenn also so ein Segelschulschiff, das da irgendwie publikumswirksam durch die Ostsee cruist, wenn das also mit mehr Geld saniert wird, als wir Geld ausgeben für die Förderung von Antifaschismusprogrammen, dann weiß ich auch nicht mehr. Das ist das eine Problem und das zweite Problem, sagt er, ist ein verfassungsrechtliches, der Bund darf solche Programme nicht dauerhaft fördern, weil das eben Länderprogramme sind. Das heißt also, das, was der Bund da jeweils macht, ist so quasi Pilotprojektförderung, das heißt, er kann dann Projekte aufbauen, die dann zwei oder vielleicht auch mal drei Jahre gefördert werden, aber dann sind eigentlich die Länder dran zu schauen, hat das Projekt funktioniert und dann eine Anschlussfinanzierung auf die Beine zu stellen. Das heißt also, wenn diese Programme dann auslaufen, dann eben deswegen, weil sie eben nach ein paar Jahren keine Pilotprojekte mehr sind und der Bund nicht mehr fördern darf, weil sonst die Länder wild werden und sagen, hör mal, hier, Bildung ist unsere Sache. Das heißt, wir haben hier mal wieder ein Föderalismusproblem, das heißt also, da müsste man dann darüber nachdenken, ob man nicht möglicherweise dem Bund da auch die Kompetenz einräumen möchte, dauerhaft sowas zu fördern oder zumindest die Förderung zu finanzieren. Ja, das ist ja immer so ein bisschen ein Problem mit der Mischfinanzierung, aber wir erinnern uns, vor einigen Wochen hatten wir ein anderes Beispiel, nämlich die Förderung des Infrastrukturausbaus im Bildungswesen. Ja, da ist ja auch so, dass der Bund da teilweise finanzieren darf, was dann in den Schulen der Länder verbaut wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine abschließende Meinung dazu, wie man das organisiert, nur jedenfalls kann es nicht wahr sein, dass die Schulen völlig alleine gelassen werden mit dieser Aufgabe der politischen Bildung und dass quasi freie Bildungsträger, die die Schulen auch unterstützen können, indem sie zum Beispiel Seminare anbieten, dass solche Bildungsträger kämpfen müssen und heute nicht wissen, ob sie morgen noch finanziert sind. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir kommen zu einem Thema der Gemeinnützigkeit. Auch ein Demokratieförderungsthema. Auch, by the way, auch Demokratieförderungsthema, was wir uns hier mal aus einem aktuellen Anlass vorgenommen haben, weil das so in den breiten Medien eigentlich, so wie ich das wahrgenommen habe, kaum diskutiert wird, aber schon enormen Einfluss haben kann auf unsere Zivilgesellschaft. Dazu muss man sagen, Ulf, du bist Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ja, genau. Wir sind auch ein gemeinnütziger Verein. Das heißt also, das, was wir jetzt sagen, könnte die GFF potenziell auch betreffen. Wir haben bislang überhaupt kein Problem. Das Finanzamt war mit uns immer bestens zufrieden. Aber wir finden, aus Transparenzgründen muss man einfach voranstellen, dass es jedenfalls theoretisch auch mal den Verein betreffen könnte, dem ich so ausstehe. Es geht um Gemeinnützigkeit. Es geht um Gemeinnützigkeit von Vereinen, von denen es ja in Deutschland wahnsinnig viele gibt und die in vielen Fällen eine große, große Stütze und ein großer Baustein der Zivilgesellschaft in Deutschland sind. Sei es von Freizeitgestaltung, Sportvereine, aber auch Umweltvereine. Also das sind ja alles Vereine, die das übernehmen. Und jetzt ist natürlich erstmal die Frage, was ist denn Gemeinnützigkeit? Ja, ganz genau. Gemeinnützigkeit ist vor allem ein Begriff aus dem Steuerrecht, der eine ganze Reihe von steuerlichen Vorteilen mit sich bringt. Das Wesentliche ist so die Befreiung von der Körperschaftssteuer. Normalerweise müssen juristische Personen ihre Erträge versteuern, eben mit der sogenannten Körperschaftssteuer. Und das entfällt für gemeinnützige Vereine. Das ist so der wesentliche Vorteil. Es gibt noch eine Reihe anderer Vorteile, zum Beispiel unter bestimmten Voraussetzungen auch bei der Umsatzsteuer. Und es gibt vor allem die Möglichkeit, sogenannte Zuwendungsbescheinigungen auszustellen. Das ist das, was man Landwirte Spendenquittung nennt. Und das bedeutet für die Vereine, dass sie sich relativ attraktiv durch Spenden refinanzieren können. Denn die Menschen, die diese Spenden an Vereine geben, können den Gesamtbetrag der Spenden steuerlich geltend machen. Auf Deutsch, man gibt es in der Steuererklärung an und zieht dann den Gesamtbetrag der Spende von seinem zu versteuernden Einkommen ab. Was dann je nach persönlichem Steuersatz dazu führt, dass man zwischen 10 und 45 Prozent der Spende de facto nicht bezahlen muss, weil man die nämlich an Steuern dann macht. Und dann gibt es ja noch so einen informellen Vorteil, dass einfach, wenn Vereine mit Behörden, Stiftungen, anderen Förderinstitutionen zu tun haben, sehr, sehr vorteilhaft sein kann, wenn man als gemeinnützig anerkannt ist. Häufig ist das ja auch eine Voraussetzung, um überhaupt Förderung zu bekommen, um beispielsweise Räume und sowas anmieten zu können. Also da gibt es eine ganze Menge Vorteile, die so eine Gemeinnützigkeit mit sich bringt. Und jetzt gibt es einen aktuellen Anlass und da geht es um den VVN, das ist die Vereinigung der Verfolgten des NS-Regimes. Das ist also ein Opferverband von Menschen, die im KZ oder im Gefängnis unter den Nazis gesessen haben. Allerdings geht es da hauptsächlich um Menschen, die aus politischen Gründen verfolgt worden waren, also Kommunisten, Sozialdemokraten. Und daher würde ich sagen, kann man sagen, dass der VVN, also die Vereinigung der Verfolgten des NS-Regimes, tendenziell eher links ist. Und damit hat zum Beispiel auch der Verfassungsschutz in Bayern ein Problem, der erwähnt die Vereinigung nämlich in seinem Bericht. Und das wiederum hat zur Folge, dass das Finanzamt in Berlin dem Verein die Gemeinnützigkeit gestrichen hat, um genauer zu sagen, dem ansässigen, in Berlin ansässigen Bundesverband des VVN. Anders gesagt, das Finanzamt in NRW, der sieht das anders. Aber in Berlin hat das Finanzamt dem Bundesverband die Gemeinnützigkeit gestrichen, weil es eben vom Verfassungsschutz in diesem Bericht erwähnt wurde. Ja, ganz genau. Und das ist quasi das erste große Problem rund um die Gemeinnützigkeit. Hintergrund ist § 51 Absatz 3 der Abgabenordnung. Ja, die Abgabenordnung ist quasi so das deutsche Zentralgesetz für Steuern. Es gibt auch eine Reihe weiterer Steuergesetze, aber das ist so das, wo die wesentlichen Grundregeln drinstehen. Und § 51 Absatz 3 regelt eben im Satz 1, dass eine solche Steuervergünstigung voraussetzt, dass die Körperschaft nach ihrer Satzung, aber auch nach ihrer tatsächlichen Geschäftsführung keine verfassungsfeindlichen Bestrebungen verfolgt und auch dem Gedanken der Völkerverständigung nicht zuwiderhandelt. Was ja erstmal total sinnvoll klingt, das Problem ist nur, der nächste Satz, Satz 2, bei Körperschaften, die im Verfassungsschutzbericht des Bundes oder eines Landes als extremistische Organisation aufgeführt sind, ist widerlegbar davon auszugehen, dass diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Mit anderen Worten, wenn irgendein Verfassungsschutz auf die Idee kommt, einen Verein zu erwähnen, ob nun zu Recht oder zu Unrecht, dann kriegt der Verein es mit dem Finanzamt zu tun, verliert seine Gemeinnützigkeit. Und da kann man sich vorstellen, das begibt natürlich einer Verfassungsschutzbehörde enorme Macht über Vereine. Ich kann ja auch sagen, es ist okay. Also ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der Verfassungsschutzbericht irgendwelche rechtsextremen Vereine beobachtet und an seinem Bericht erwähnt, dann bin ich schon dankbar, wenn die nicht auch noch Gemeinnützigkeit anerkannt haben. Ja, also ich finde, ehrlich gesagt, man muss diese Fragen immer unabhängig von der jeweiligen politischen Ausrichtung betrachten. Also man kann nicht danach schauen, finden wir den Verein jetzt persönlich sympathisch oder nicht. Wir müssen uns generell, denke ich, die Frage stellen, wollen wir, dass der Verfassungsschutz diese Macht hat? Also ich finde es völlig richtig, dass wir keine Extremisten fördern. Also Vereine, die tatsächlich extremistische Bestrebungen verfolgen, die sollten natürlich nicht auch noch steuerlich begünstigt werden. Da würde der Staat ja im Grunde Geld mittelbar dafür zur Verfügung stellen, dass an seinen eigenen Fundamenten gerüttelt wird. Das wäre sicherlich nicht sinnvoll. Das Problem ist nur, arbeitet der Verfassungsschutz denn auch sauber? Das kann man nicht immer so sehen, gerade in den letzten Jahren haben wir wirklich reihenweise Skandale erlebt, die im Grunde immer demselben Strickmuster folgten, dass Verfassungsschutzbehörden nämlich auf dem rechten Auge Sehschwächen hatten, dafür aber geradezu paranoid gegenüber allem, was irgendwie links der SPD stand, sich verhalten haben. Und wenn eine Institution mit einer solchen Rechts-Links-Schwäche dann mit einem mal de facto über die Finanzierung von Vereinen entscheidet, dann wird es irgendwie heikel. Also da würde ich denken, muss man nochmal ganz genau darüber nachdenken, ob das nicht eigentlich ein Automatismus ist, der extrem gefährlich ist für die Zivilgesellschaft. Und in diesem Fall, finde ich, hat er zu einem jedenfalls politisch betrachtet wirklich skandalösen Ergebnis geführt, dass ausgerechnet die Überlebenden der KZs sich von den Verfassungsschutzbehörden den Hahn zugedreht sehen. Und das von den Verfassungsschutzbehörden, in denen ja traditionell die Altnazis saßen. Also das ist inzwischen ja auch historisch aufgearbeitet, dass die Verfassungsschutzbehörden nach dem Zweiten Weltkrieg massenweise NSDAP-Mitglieder und ehemalige Belastete aus den NS-Terrororganisationen in ihren Reihen hatten. Das heißt also, die Nazis können mittelbar immer noch, ja das ist hart, politisch ist das wirklich krass. Ist schon ziemlich krass. Jetzt ist aber diese verfassungsschutzmäßige Gefährdung der Gemeinnützigkeit nur eine Gefahr, der sich gemeinnützige Vereine gegenübersehen. Die andere Gefahr, die für die Gemeinnützigkeit vieler Vereine droht, ist die Frage der politischen Tätigkeit. Ja, ganz genau. Deswegen haben wir das jetzt auch mal beides zusammen aufgeführt und zwar ehrlich gesagt, weil man diese beiden Aspekte trennen muss. Es gibt quasi zwei Problemkreise rund um die Gemeinnützigkeit. Das eine ist diese aus meiner Sicht jedenfalls völlig überzogene Macht der Verfassungsschutzbehörden, die ja schlecht legitimiert sind und eben unter Umständen auch tendenziös entscheiden. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist die Frage, wie politisch dürfen eigentlich Vereine arbeiten? Und das ist insbesondere dadurch in die Debatte geraten, dass der Bundesfinanzhof im Frühjahr der Organisation Attac die Gemeinnützigkeit aberkannt hat. Und diese BFH Entscheidung, BFH Bundesfinanzhof, das oberste Steuergericht in Deutschland, quasi das Pendant zum Bundesgerichtshof, der ja das oberste Zivil- und Strafgericht ist. Also der Bundesfinanzhof hat in seiner Entscheidung der Sache nach zwei verschiedene Gruppen oder Klassen von Vereinen geschaffen. Die eine Kategorie sind die allermeisten gemeinnützigen Zwecke nach der Abgabenordnung. Das sind so die klassischen Vereine, Philipp. Die wir so alle kennen. Also Sport, Schach, Kunst, Kultur, Denkmalschutz, Naturschutz. Das, was so die klassischen Vereine sind, die als gemeinnützig anerkannt werden können. Für die gelten relativ moderate Spielregeln, was diese politische Tätigkeit angeht. Die dürfen für ihre Zwecke politisch werben. Also die dürfen, also der Kulturverein in der Stadt darf eine Demo machen für mehr Kulturförderung. Das ist so, aber, das ist die Frage, über die wir auch gleich noch reden, ist es auch okay für den Kulturverein in einer Stadt, eine Lichterkette gegen Nazis und Rechtsextremismus zu machen? Wo das doch gar nicht eine politische Tätigkeit für sein konkretes Anliegen ist? Fragezeichen, das ist die Frage, an der sich das entscheidet. Denn diese meist, also diese erste Gruppe der Vereine, die dürfen ihre politische Betätigung nur allgemein und im Hintergrund betreiben. Genau, allgemeine politische Betätigung, da muss man sagen, die haben für ihre Zwecke, Stichwort Kunst, Kultur, Sport, Schacht, Tralala, für ihre Zwecke dürfen sie auch Lobbyarbeit machen. Aber eben darüber hinaus nur ganz ausnahmsweise und ich meine, das muss man sich mal vorstellen, wir würden doch selbstverständlich erwarten, dass ein Sportverein sagen darf, heute Abend Lichterkette gegen Nazis, Lichterkette gegen Brandanschläge auf Ausländerheime, weiß der Himmel. Das würde man doch selbstverständlich sagen, das ist aus meiner Sicht etwas, was gerade die Zivilgesellschaft ausmacht, dass auch eine solche Vereinigung, wo Menschen aus unterschiedlichsten politischen Richtungen zusammenkommen, aber sagen kann, hier stehen wir als Demokraten alle zusammen und sagen, das ist nicht okay, wenn irgendwelche Spinner solche Heime anzünden. Na, und das dürfen die Vereine nach dieser BfH-Entscheidung eben nur noch, wenn das ganz im Hintergrund ihrer Betätigung ist und das ist natürlich ein Riesenproblem. Dann gibt es diese zweite Kategorie von Vereinen, die fallen in diesen Bereich Förderung der Volksbildung und Förderung des demokratischen Staatswesens und da gelten strengere Regeln, damit die als gemeinnützig anerkannt werden können. Die müssen nämlich eine geistige Offenheit demonstrieren oder an den Tag legen und das bedeutet politische Neutralität nach dem Urteil, in anderen Worten keinerlei politische Position. Genau, und das ist die eigentliche Einschränkung, also schon das obere macht den Vereinen Angst, die eben wegen dieser Zwecke wie Kunst, Kultur und so gemeinnützig sind und dann gibt es eben diese zweite Kategorie, die haben ganz bestimmte Zwecke, Förderung der Volksbildung, Förderung des demokratischen Staatswesens und da darf man im Grunde überhaupt nicht mehr Farbe bekennen. Ja, jedenfalls nach diesem BfH-Urteil und insbesondere auch nach der Auslegung, die manche Finanzbehörden diesem Urteil nun geben, bedeutet geistige Offenheit im Grunde, dass man überhaupt nicht mehr sich politisch in einer bestimmten Richtung äußern darf, sondern immer nur völlig abgewogen und das hat, kann man sich vorstellen, beides zusammen zu einer enormen Verunsicherung geführt und zwar bei allen Vereinen, egal ob sie jetzt in die erste oder in die zweite Gruppe fallen, was ist, wie gesagt, wenn ein Sportverein eine Lichterkette unterstützt, was ist, wenn ein Sportverein zum Beispiel ein Förderprogramm für Menschen mit Migrationshintergrund einrichtet, wenn es, keine Ahnung, ja zum Beispiel irgendwie eine Fußballklasse gibt, wo dann speziell Menschen mit Migrationshintergrund irgendwie trainiert werden, wo man zum Beispiel von einem Trainer, der Englisch kann oder keine Ahnung, auch von einem Trainer, der sich einfach ein bisschen Zeit nimmt, mit den Jungs nebenbei noch zu reden oder so, ich weiß nicht, kann sich ja alles Mögliche vorstellen, was ein Sportverein da so macht. Ist das dann schon zu viel Politik? Ist das dann schon ein Bekenntnis dazu, dass man sich irgendwie zu der Herausforderung der Integration von Migrantinnen bekennt? Ist das dann schon zu viel Politik? Und das ist leider keine theoretische Frage, ja, also um mal ein Beispiel zu nennen, die Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstützt zum Beispiel gerade das demokratische Zentrum Ludwigsburg, kurz das DEMOZ. Wie gesagt, Disclaimer, Fall der GFF, ja, also bin ich natürlich da auch so ein bisschen, ich bin nicht persönlich beteiligt an dem Fall, aber natürlich habe ich Interesse daran, dass der Fall zu einem guten Ende kommt. Das DEMOZ sagt, das ist ein Kulturzentrum, die machen alle möglichen Kulturveranstaltungen, zeigen Filme, machen Diskussionen so, in Ludwigsburg weiß der Himmel alles Mögliche. Und die sagen halt, bei uns gibt es keinen Platz für Rechtsextremisten und Rassisten. Das heißt also, da als Skinhead, da reingehen mit irgendeinem NS-Aufnäher oder so, das ist nicht okay. Und das hat dem DEMOZ jetzt allen Ernstes eingebracht, dass das Finanzamt Ludwigsburg ihnen die Gemeinnützigkeit aberkannt hat. Begründung? Begründung, es fehlt die geistige Offenheit. Wenn Nazis nicht rein dürfen, seid ihr nicht geistig offen, ja, und da muss man doch ehrlich gesagt sagen, what the fuck, ja, ist das etwa, dass man sich jetzt als Verein nicht mehr zu den Werten des Grundgesetzes bekennen kann? Also ich finde das ehrlich gesagt schockierend, das ist auch der Grund, warum die GFF sich dieses Falls angenommen hat, das ist bislang aber auch der krasseste Fall, der uns untergekommen ist, aus meiner Sicht eine krasse Fehlentscheidung des Finanzamts. Man muss vielleicht noch zwei Sätze zum Hintergrund sagen, also der Bundesfinanzhof hatte vielleicht eine politische Agenda, das kann man der Entscheidung nicht so ganz ansehen, jedenfalls hatte der Bundesfinanzhof im Ansatzpunkt, denke ich, auch ein durchaus legitimes Interesse. Der Ansatzpunkt des Bundesfinanzhofs war nämlich eine Entscheidung, die schon einige Jahrzehnte sogar alt ist, des Bundesverfassungsgerichts zur Förderung der politischen Stiftung, ja, also so Friedrich-Ebert-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung und so. Und da hat das Bundesverfassungsgericht damals gesagt, ja, ihr könnt schon diese Stiftung fördern, aber das darf eben nicht zu einer mittelbaren Parteienfinanzierung werden, für die Finanzierung der Parteien gibt es ja relativ strikte Regeln und die Sorge des Bundesverfassungsgerichts war, dass dann halt einfach Geld über diese politischen Stiftungen de facto für die Parteien, das macht ja auch Sinn, ne, also die Parteienfinanzierungsregeln sollen nicht umgangen werden und der Bundesfinanzhof hat das jetzt angewandt auf die, auf normale Vereine, nicht nur die politischen Stiftungen der Parteien, sondern ganz normale Vereine. Und ist offensichtlich umgetrieben von der Sorge, dass darüber de facto Parteiarbeit gemacht werden könnte. Das Problem ist nur, dass er da nicht reingeschrieben hat, Vereine dürfen politisch arbeiten, solange das nicht verdeckte Parteiarbeit ist, das wäre ja auch denkbar gewesen und aus meiner Sicht eine vernünftige Abgrenzung. Sondern er hat halt reingeschrieben, politische Arbeit darf halt gar nicht sein bei den Jungs hier mit der Volksbildung und der demokratischen Kultur oder darf nur ganz im Hintergrund sein bei denen mit an anderen Zwecken. Ja, das heißt, der Bundesfinanzhof hat die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts genommen, die im Prinzip einen sinnvollen Gedanken verfolgen und hat die dann aber extrem zugespitzt und hat ein extrem enges Korsett geschnürt für die Vereine mit seiner Entscheidung. Und das finde ich persönlich problematisch, nicht etwa, weil ich GFF-Vorsitzender bin, sondern weil ich mir Sorgen mache, dass die Zivilgesellschaft in Deutschland dann so einen Maulkorb verpasst wird. Ja, also zugespitzt ist vielleicht, also Sie haben es in meinen, so wie ich das verstehe, ja relativ breit gezogen, das Netz. Also statt eng zu definieren, Vereine dürfen keine Parteiarbeit machen oder sie dürfen nicht die Arbeit von Parteien machen oder so, haben Sie es sehr, sehr breit gesagt und gesagt, Vereine dürfen eigentlich politisch nichts machen oder sehr wenig machen. Oder nur im Hintergrund. Was dazu führt, dass eben diese Vereine, die, wie ich das gesagt habe, wichtiger, häufig wichtiger Baustein unserer Zivilgesellschaft sind und in vielen Fällen eben auch gemeinnützig sind mit vielen Vorteilen, die Ihnen auch die Finanzierung und die Arbeit überhaupt ermöglichen, jetzt unter einem Damoklesschwert sind. Und Gefahr laufen, dass Ihnen bei zu viel politischer Beteiligung oder Arbeit die Gemeinnützigkeit aberkannt wird, was Sie in Ihrer politischen Arbeit natürlich hemmt. Und wo wir davon ausgehen, dass das für die Demokratie und unsere Gesellschaft insgesamt ein Problem ist. Ja, das kann man auch schon daran festmachen, zum Beispiel, dass sich da inzwischen so eine Art Selbsthilfeverein gegründet hat, in dem inzwischen über 200 gemeinnützige Vereine organisiert sind, die sich einfach Sorgen machen um die Entwicklung des Gemeinnützigkeitsrechts. Diese Selbsthilfegruppe heißt Zivilgesellschaft ist gemeinnützig, wird organisiert von Stefan Diefenbach-Rommer und da stimmt man sich jetzt ab und versucht politische Positionen zu entwickeln. Und auch insbesondere mit dem Bundesfinanzministerium zu reden, denn dieses Bundesfinanzministerium nimmt da eine Schlüsselstellung ein. Genau, also der Punkt ist ja, das ist ja bisher ein Urteil des Gerichts und die Finanzämter gehen jetzt hin und sagen, ja, oder hat das höchste Finanzgericht in Deutschland eine Entscheidung gefällt, die können wir nicht ignorieren, wir wenden die jetzt mal an und so kommt es dann halt zu so Entscheidungen wie dem Demoz. Aber die nächste Eskalationsstufe wäre ja, wenn dieser Gedanke, den das Gericht formuliert hat, in ein Gesetz gegossen würde und dann allgemein anwendbar wäre und zwar auch ohne wenn und aber. Und Olaf Scholz wollte das tatsächlich machen, der wollte diese Entscheidung in ein Gesetz gießen, Tenor, politische Arbeit nur noch, wenn sie ganz im Hintergrund bleibt. Hat massive Proteste gegeben, muss man sagen und jetzt ist das Gesetz aber erstmal gestoppt. Ja, ganz genau, es ging auf Twitter enorm hoch, auch der Spiegel hat darüber sehr kritisch berichtet, die Süddeutsche Zeitung hat das kritisch kommentiert, gab es einen fast wütenden Kommentar von Ronen Steinke und das fiel ausgerechnet in die allerletzten Tage des Kampfes quasi um den SPD-Vorsitz, deswegen hat Olaf Scholz dann irgendwann, Gott sei Dank kann man nur sagen, der Mut verlassen und er hat die Pläne für dieses neue Gesetz erstmal auf Eis gelegt. Aber das Problem ist, zum einen sind die Pläne am Gemeinnützigkeitsrecht rumzuschrauben, bislang noch nicht vom Tisch, das heißt also da muss die Zivilgesellschaft weiter sehr wach bleiben, was denn da jetzt an Gesetzentwürfen kommt. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat da jetzt ein Spezialprogramm aufgelegt, wir haben Gott sei Dank eine Förderung bekommen von den Open Society Foundations und haben da jetzt einen Arbeitsschwerpunkt eingerichtet, eine junge Juristin eingestellt, die sich speziell mit dem Thema Gemeinnützigkeitsrecht beschäftigen wird, wir wollen auch einen Gesetzentwurf dazu schreiben, denn momentan muss man sagen, wie gesagt, kommt da wahrscheinlich noch was aus dem BMF und dann vielleicht ein neues Gesetz, vor allem aber ist dieses Attackurteil ja weiter in der Welt. Philipp hat schon gesagt, das ist da, das ist eben das Urteil des höchsten deutschen Finanzgerichts und die Finanzbehörden wenden das jetzt auf die eine oder andere Weise an, manche mehr überzeugend, manche weniger. Aber jetzt wäre die Frage, kann das Ministerium nicht sagen, hey Leute, wir reden gerade darüber, das Gericht hat die Entscheidung getroffen, aber es hat hier so ein paar unerfreuliche Nebenwirkungen gegeben, deswegen ordnen wir an, dass die Finanzbehörden das erstmal nicht anwenden. Ja ganz genau, das ist eine klassische Praxis, das passiert im Steuerrecht ständig und das Stichwort laute ich hier der sogenannte Nicht-Anwendungserlass. Das ist im Grunde eine Anweisung des Bundesfinanzministeriums an die Finanzbehörden in Deutschland, dieses Urteil als Einzelfall zu behandeln, als Ausreißer zu behandeln und nicht als Präzedenzfall. Ja man muss dazu sagen, dieses Institut der Nicht-Anwendungserlass ist seinerseits umstritten, es gibt natürlich daran Kritik, weil Leute sagen, naja also das ist halt eine Gerichtsentscheidung. Das ist halt immer eine Gerichtsentscheidung, könnt ihr nicht ignorieren, ja das könnte man so sehen und in anderen Rechtsgebieten passieren, derlei Dinge ja normalerweise auch nicht. Auf der anderen Seite muss man sehen, ist das jetzt nun mal im Steuerrecht ein etabliertes Institut, das die Finanzbehörden dauernd anwenden, typischerweise zum Nachteil der Bürgerinnen und Bürger. Ja wenn mal ein Bürger gewinnt, dann passiert es regelmäßig, dass dann das eben ein Einzelfallsieg bleibt und alle anderen Menschen, alle anderen Steuerpflichtigen, die davon theoretisch profitieren würden, dann selber klagen müssen bis zum bitteren Ende. Und hier wäre jetzt aber mal die Gelegenheit, dieses wie gesagt nicht völlig unumstrittene, nicht unproblematische Institut des Nicht-Anwendungserlasses auch mal für die Bürgerinnen und Bürger oder in konkreto für die Zivilgesellschaft anzuwenden. Man könnte einfach aus dem BMF hingehen und sagen, diese Attackentscheidung ist ein Einzelfall und diese Maßstäbe bitten wir erstmal nicht zugrunde zu legen. Das passiert aber nicht, stattdessen wirft das BMF Nebelkerzen. Also da hat ein Verantwortlicher aus der Hausleitung auf Twitter allen Ernstes behauptet, sie könnten gar keinen Nicht-Anwendungserlass mehr ergehen lassen, denn das BMF habe sich ja an diesem Verfahren beteiligt. Das stimmt, das BMF ist dem Revisionsverfahren in dem Fall Attack beigetreten, das hat aber überhaupt keine Konsequenzen dafür, ob ein Nicht-Anwendungserlass ergehen kann oder nicht. Also wir haben da mal recherchiert, haben so ein paar Kontakte spielen lassen zum Bundesfinanzhof und da haben uns Experten gesagt, Quatsch. Ja, also natürlich können die beitreten, sind wohl auch nach Presseberichten beigetreten, das hat aber keinerlei Auswirkungen dafür, ob ein Nicht-Anwendungserlass möglich ist. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das kann eben auch nicht sein, oder? Dass da ein hochrangiger Vertreter eines Ministeriums auf Twitter Nebelkerzen wird. Ja, und da gibt es ja noch einen ganz anderen Aspekt. Der eine Aspekt ist das, was wir gesagt haben, dass die wichtige Bausteine einer Zivilgesellschaft um wichtige Vorteile, nämlich Gemeinnützigkeit fürchten müssen, das ist das eine. Der andere Effekt ist aber, dass ja auch die von uns häufig beklagte Ungleichheit zwischen Lobbyinteressen vergrößert wird dadurch. Denn während Firmen eine große PR-Abteilung aufmachen können und sagen, hier Lobby und wir bezahlen große Lobbyfirmen und wir geben dafür Millionen aus und die können wir alle von der Steuer absetzen als Betriebsausgaben und, und, und. Und steht die Zivilgesellschaft ohne Firma da und muss halt Vereine gründen, um Umweltbelange, zivilgesellschaftliche Belange politisch vorzubringen, läuft dabei jetzt aber Gefahr, die Gemeinnützigkeit zu verlieren. Ja, das ist genau das Problem. Und das ist ein Riesenproblem für die Chancengleichheit. Das ist ein Riesenproblem für die Chancengleichheit und das ist jetzt, um das Stichwort nochmal in den Raum zu stellen, da geht es dann letztlich um die Frage Lobbyismus. Unternehmen können ihren Lobbyismus praktisch immer irgendwie steuerlich geltend machen, indem sie halt einfach PR-Ausgaben in ihre Bilanz schreiben und das abziehen und damit den Firmenertrag senken. Und das heißt also, die können mit beliebigen finanziellen Mitteln auf den politischen Betrieb in Berlin einwirken. Und die Zivilgesellschaft ist auch völlig egal. Genau, das ist der Punkt. Die Gemeinnützigkeit ist eben für Firmen im Prinzip egal. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen gemeinnützigen Verein oder die eine oder andere gemeinnützige Stiftung, die auch von Firmen ins Leben gerufen wird, die auch viel Gutes tun. Dann gibt es auch Vereine und Stiftungen, die problematisch sind. Also zum Beispiel gibt es eine relativ bekannte Lobbyorganisation der deutschen Waffenschmieden, die aus unerfindlichen Gründen auch gemeinnützig ist, obwohl man sich schon fragen kann, wie das mit der Völkerverständigung einhergeht, wenn wir Waffen in alle Welt liefern. Gut, aber denen wäre das eigentlich egal, denn Firmen können ihre PR-Ausgaben im Prinzip immer irgendwie von der Steuer abziehen. Während die Zivilgesellschaft sowieso natürlich finanziell wesentlich schlechter dasteht als Unternehmen und dann auch noch das Problem hat, dass sie sich nach den Maßstäben der Attackentscheidung dem Risiko aussetzt, ihre Gemeinnützigkeit zu verlieren, wenn sie sich allzu sehr politisch äußert. Insbesondere dann, wenn sie eben diese Zwecke Volksbildung oder Förderung des demokratischen Gemeinwesens verfolgt. Anders nur die Vereine, die zum Beispiel eben die Sportförderung als Gemeinnützigkeitszweck haben und dann auch ausschließlich im Bereich Sportförderung politisch tätig sind. Das ist so eine kleine Hintertür, die der BfH noch gelassen hat, aber das macht es eben extrem schwer, die PR von Unternehmensinteressen auszugleichen aus der Zivilgesellschaft. Das heißt also, diese Entscheidungen oder die Fragen der Gemeinnützigkeit haben massive politische Konsequenzen. Das ist jetzt nicht nur irgendwie Zivilgesellschaft ist ein nice to have, sondern das führt eben dazu, dass die Einflüsse, denen der Bundestag unterliegt und denen die Landesparlamente unterliegen, politisch ganz deutlich verschoben wird in Richtung Unternehmensinteressen. Wir hatten im August schon, war das glaube ich, einen sehr bemerkenswerten Fall im Tiergarten und zwar in Berlin. Da wurde ein Mann erschossen, Silimchan Changoshvili, also Georgia, wurde mit zwei Kopfschüssen im Park getötet. Und der hatte sich also in Tschetschenien gegen Russland engagiert und für die Unabhängigkeit von Russland und für Tschetschenien eingesetzt und gekämpft. Und der wurde also im Tiergarten in Berlin erschossen und das war immer schon ein bisschen ein merkwürdiger Fall. Und dann haben sie sich gefragt, was ist denn da vorgegangen? Jetzt hat halt die Bundesanwaltschaft den Fall übernommen und geht davon aus, dass dieser Mord im Auftrag des russischen Staates begangen wurde. Die Russen bestreiten das natürlich, der in der Nähe des Tatorts gefasste Verdächtigte soll nicht, wie erst angegeben oder wie von ihm angegeben, Vadim Sokolow heißen, sondern Vadim Krasikow. Und die Bundesregierung weist jetzt diese Woche zwei russische Diplomaten aus mit der Begründung, dass Russland trotz wiederholter, hochrangiger und nachdrücklicher Aufforderung nicht hinreichend bei der Aufklärung dieses Mordes mitgewirkt hat. Moskau warnt, ein politischer Ansatz bei Strafermittlungen sei unzulässig und wird wohl auch bald deutsche Diplomaten ausweisen, wie das immer so üblich ist. Jetzt sind ausgewiesene Diplomaten, glaube ich, auch manchmal heimlich still und leise dann irgendwann wieder zurückgekommen, aber erstmal muss man das so als diplomatische Reaktion, glaube ich mal, zur Kenntnis nehmen. Die fällt nach allgemeinem Urteil relativ moderat aus. Es hat ja in Großbritannien eigentlich einen sehr ähnlichen Fall mit Herrn Skripal gegeben, der dort vergiftet worden ist, auch von den Russen nach allem, was man weiß. Und damals hat Großbritannien doppelt so viele Diplomaten ausgewiesen wie Deutschland jetzt. Wir haben ein bisschen überlegt, wie sortieren wir denn das ein? Ist das so ein Fall dunkler internationaler Machenschaften oder wie siehst du das? Ja, ich glaube, der Fall ist vor allem deswegen interessant, weil er so ein bisschen zeigt, wie einfach das Klima generell gespannt ist, insbesondere zwischen Berlin und Moskau. Ich meine, es ist ja schon ein Vorgang, der einen so ein bisschen zum Schaudern bringt, dass ganz offenbar russische Stellen weltweit Leute um die Ecke bringen, die irgendwie nerven. Ja, und das mag man ja aus James-Bond-Filmen kennen, aber es ist eben gegenüber der Souveränität eines fremden Staates schon ein sehr unfreundlicher Akt. Und möglicherweise kenne ich mich da auch zu wenig aus, aber mein Eindruck ist, dass das doch in letzter Zeit vermehrt vorkommt. Möglicherweise hat man früher einfach nicht davon erfahren, will ich nicht in Abrede stellen, aber aus meiner Sicht wirft das einfach ein bedenkliches Licht auf das Verhältnis zwischen Moskau und dem Westen. Möglicherweise ist es einfach auch so, dass man sich in Moskau jetzt mehr traut oder dass man einfach weniger Wert darauf liegt, dass das Verhältnis zum Westen entspannt ist. Man kann das als Muskelspiel zum Beispiel deuten, man kann das als bewusste Machtpolitik deuten. Auf der anderen Seite finde ich, ist es ganz wichtig, dass man auch immer so ein bisschen die russische Perspektive einnimmt. Wir hatten ja vor einigen Wochen schon mal einen Experten zum Thema Ukraine-Konflikt in der Sendung, der fand ich auch eine sehr westliche oder sehr ukrainische Perspektive eingenommen hat. Da habe ich ja immer so ein bisschen versucht gegenzuhalten und auch die russische Perspektive mal einzubringen. Und klar, die machen viele Dinge, die unschön sind. Ich persönlich finde auch die Propaganda, die sie im Westen machen über Facebook, Fakes und Wahlbeeinflussungen in den USA und Russia Today und so finde ich auch extrem problematisch. Aber man muss auf der anderen Seite schon auch ernst nehmen, dass sich Russland in gewisser Hinsicht auch bedroht fühlt von der Wahrnehmung westlicher Sicherheitsinteressen. Es gab da schon den einen oder anderen Move des Westens, der nicht so wirklich cool war. Stichwort Unterstützung der Ukraine, wie auf einem klaren Westkurs. Ja, na gut. Also ich finde, dass man einen anderen Staat unterstützt, ist etwas anderes als völkerrechtswidrig, einen Teil dieses Staates zu annektieren. Und einen Bürgerkrieg innerhalb dieses Staates anzuzetteln, zu unterstützen und zu finanzieren, so wie das die Russen in Ost-Ukraine machen. Ich will das ja auch nicht beten, Philipp. Ich finde einfach nur wichtig, dass man für ein ausgewogenes Bild eben auch verschiedene Perspektiven wenigstens mal aufzeigt. Ich will mir die damit ja gar nicht zu eigen machen. Ich wollte nur sagen, es ist schon so, dass Russland jetzt nicht nur der eiskalte Aggressor ist, sondern eben auch, sagen wir mal, sich ernsthaft, glaube ich, bedroht fühlt. Das kann man schon sagen, gerade ja auch davon, dass viele Staaten, die ursprünglich mal zum russischen Einfluss oder zum sowjetischen Einflussbereich gehörten, Stichwort Warschau-Pakt, dass die eben inzwischen zur NATO gehören. Ja, denken wir an Polen, denken wir an die Staaten des Balkums. Das ist aus russischer Sicht natürlich schon eine enorme Verschiebung des Kräftegleichgewichts. Das zeigt sich ja auch an dem NATO-Gipfel, der diese Woche in England bei London stattfand. Ganz genau. Das haben wir uns auch überlegt. Also ich habe das natürlich auch die ganze Woche über gelesen und so und gelesen und 70 Jahre NATO und Trump war da. Alle waren ganz froh und alle waren zusammen und so. Und ich habe dann mal gelesen und gelesen und gelesen und dachte so, ja, aber sollen wir das jetzt in der Lage machen? Warum ist das relevant? Jetzt haben wir uns dafür, erzähl du mal deinen Pitch. Ich finde das erstmal sehr cool, dass du dir diese Frage stellst, denn das müssen wir natürlich bei sämtlichen Themen. Ja, natürlich wollen wir niemanden vollquatschen. Die Beantwortung der Frage ist, glaube ich, ganz einfach. A, wir machen tendenziell zu wenig Außenpolitik in der Lage und ich finde, wir beiden müssen da noch weiter lernen. Und wir sollten auch einfach versuchen, diese Themen nur nicht deswegen auszublenden, weil sie für uns in der Tendenz mehr Recherchearbeit bedeuten, als wenn ich jetzt über irgendeinen Grundrechtsthemen spreche, zum Beispiel. Und in diesem Fall finde ich ganz konkret, ist dieser Gipfel in London deswegen so wichtig, weil die NATO eben das zentrale Verteidigungsbündnis ist. Und es ist ein wichtiger Hintergrund, um zu wissen, wie es denn eigentlich um die sicherheitspolitische Lage der Bundesrepublik Deutschland steht. Denn, mal ganz ehrlich, wenn man mal auf die Bundeswehr schaut, ja, also die Bundeswehr alleine, glaube ich, kann unsere äußere Sicherheit jetzt ganz sicher nicht gewährleisten, ja, gegen wen auch immer. Und deswegen ist es aus meiner Sicht schon von zentraler Bedeutung, dass die NATO als kollektives Verteidigungsbündnis funktioniert. Und da gab es in letzter Zeit durchaus, wie soll ich sagen, den einen oder anderen Anlass zur Sorge. Aber wir dachten uns, bei dieser Gelegenheit treten wir mal einen kleinen Schritt zurück und sagen nochmal zwei Sätze dazu, was denn eigentlich die NATO ist, Philipp. Ja, also NATO, uraltes Bündnis, vor, wie gesagt, 70 Jahren gegründet, 1949, Bündnis aus, also 1949 nach dem Zweiten Weltkrieg und ein Bündnis aus 29 Staaten und ursprünglich eben so der Gegenpol zum Warschauer Pakt, also dem östlichen Bündnis des Kalten Krieges rund um die Sowjetunion. Und es gab ja vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg eben die veränderte Rolle mit diesem eisernen Vorhang. Und es gab eben, sagen wir mal, nachdem der Vorhang weg war, natürlich diese ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes, Baltikum, aber auch Georgien, Kaukasus und solche Sachen. Und die Ukraine zählt auch dazu und von denen sind einige unter den NATO-Schirmen geschlüpft, andere wollen das noch machen. Und so hat sich halt natürlich die NATO dauernd gewandelt. Jetzt ist sie dabei, sich wiederzuwandeln, nämlich vor dem Hintergrund des weltweiten Terrorismus, sei es islamistisch, sei es rechts. Das haben die, glaube ich, als ein Tätigkeitsfeld erkannt. Also Terrorismus ja, Rechtsterrorismus glaube ich noch nicht. Also islamischen Terror ja, Rechtsterrorismus glaube ich noch nicht. Wobei man natürlich fairerweise auch sagen muss, dass der islamische Terrorismus sich häufiger in so quasi oder paramilitärischen Formen zeigt. Stichwort die Kämpfer des sogenannten islamischen Staates in Syrien. Ja, oder so als staatsähnliche Verbände zum Beispiel auftreten unter anderem. Sich gebären, ja. Genau, also das ist so ein bisschen der Hintergrund, was die NATO eigentlich ist. Und ich habe ja gerade schon angedeutet, dass das eben auf russischer Seite hier und da auch zu einiger Besorgnis führt. Und vor diesem Hintergrund war die Ausgangslage des NATO-Gipfels, der in dieser Woche in London stattgefunden hat, nicht so ganz einfach. Wie gesagt, schwieriges Verhältnis zwischen NATO und Russland. Und immerhin aber hat man eine Gesprächsbeziehung. Es gibt da auch immer noch neue Vereinbarungen. Insofern ist das jetzt nicht zu vergleichen mit dem Kalten Krieg. Es gibt noch einen zweiten Punkt, der beim Stichwort Russland wirklich heikel ist, nämlich die Frage, wie steht es denn eigentlich um China? Und insbesondere eine Annäherung von Russland und China, was aus der Perspektive vieler westlicher Staaten auch eher mit Beunruhigung zur Kenntnis genommen wird. Aber noch ein paar andere Stichworte muss man nennen, warum die Ausgangslage des Gipfels nicht so ganz einfach war. Beispielsweise nämlich die Invasion des NATO-Landes Türkei in Nordsyrien. Muss man wissen, die Türkei ist zwar nicht EU-Mitglied, aber NATO-Mitglied. Und dass die Türkei völkerrechtswidrig selbstverständlich den Norden Syriens besetzt hält, hat dort zu einer humanitären Krise geführt. Außerdem forderten die Türken noch von diesem NATO-Gipfel einen Beschluss gegen bestimmte kurdische Organisationen, die dort als terroristisch bezeichnet werden sollen. Und ja, vor kurzem noch ein enger Verbündeter des NATO-Mitglieds USA waren, da haben wir auch drüber geredet. Und die Türken sind da einmarschiert, ohne sich mit der NATO abzusprechen, was wiederum Emmanuel Macron, den französischen Präsidenten, auf die Palme getrieben hat. Und ihn davon hat sprechen lassen, dass die NATO doch brain-dead, gehirntot sei, weil es eben keinerlei oder zu wenig Absprachen mehr gibt bei solchen Vorgehen. Ganz genau. Das lässt die NATO natürlich nicht gut dastehen. Die Türken machen, was sie wollen. Macron holzt gegen die Türken und bezeichnet da eben, wie gesagt, die NATO als Hirntod. Das klingt jetzt erstmal nicht so toll. Und das Ganze spielt sich ja wiederum auf vor dem Hintergrund der Präsidentschaft von Donald Trump ab, der, das haben wir schon ganz häufig erwähnt, in der Tendenz kein Freund irgendwelcher kollektiver Bündnisse ist. Sondern der ganz klar die Parole ausgegeben hat, America first und er glaubt halt, dass er als Solo-Player immer mehr erreichen kann, als in irgendwelchen Organisationen. Und bezogen auf die NATO beschränkt sich die Strategie von Donald Trump bislang darauf, mehr Geld zu fordern von den NATO-Partnern, um dann nach Hause gehen zu können, nach Amerika und sagen zu können, ja, war ein super Gipfel und die anderen zahlen jetzt mehr. Vor diesen ganzen unerfreulichen Hintergründen vollzog sich jetzt der Gipfel in London und, oh Wunder, oh Wunder, es herrschte Harmonie. Ja, auch weil die natürlich mehr zahlen. Also ich glaube, Stoltenberg, der Generalsekretär der NATO, der konnte da so ein paar Zahlen verkündigen, dass die übrigen NATO-Mitglieder von der USA, haben abgesehen, sich zu mehr Militärausgaben verpflichtet haben. Und Trump hatte ja auch mal diese Beistandsgarantie, diesen Artikel 5 des NATO-Vertrags mehr oder weniger offen in Frage gestellt, so nach dem Motto, also das ist ja so das Rückgrat, das ist das Herz dieses Bündnisses. Darum geht es, ne? Darum geht es, dass wenn einer angegriffen wird, werden alle angegriffen und dann stehen wir uns bei. Und das bedeutet natürlich in der Vergangenheit und eigentlich auch heute, dass vor allen Dingen die USA den anderen beistehen. Und wenn das nicht mehr gilt, dann ist die NATO tot. Wieso, dann ist sie tot. Das hat er damals in Frage gestellt, dann waren alle ganz entsetzt. Und das schien er zumindest bei diesem Bündnis nicht wieder gemacht zu haben, sondern wirkte irgendwie so ganz happy. Und ich weiß nicht, ob das nochmal bekräftigt hat. Hat er diese Beistandsgarantie nochmal bekräftigt? Hat er das nochmal aufs Tapiz gehoben? Ich habe es nicht gelesen. Und das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch in dieser Deutlichkeit nicht gefunden, aber er hat sich einfach generell positiv über die NATO, positiv über den Gipfel geäußert. Und wie das so ist bei Donald Trump, wirklich schlau wird man ja auch nur aus seinen Twitter-Nachrichten. Und da hat er irgendwas sehr Freundliches geschrieben, insbesondere eben zu der Frage der Finanzierung. Aber das haben die politischen Analysten in Washington wiederum so interpretiert, dass er sich, wenn auch so ein bisschen durch die Blume, letztlich doch zur NATO bekannt habe. Da gab es noch dieses lustige Video, wo Trudeau, der kanadische Ministerpräsident, Macron, Boris Johnson, der ja auch da war und noch einer, auf einem Empfang beim Sekt unterhalten haben. Und jemand hat sie so aus geschätzt 10, 15 Metern entfernt gefilmt. Wahrscheinlich haben die das gar nicht mitgekriegt. Und interessanterweise hat diese Kameraaufnahme trotz der Entfernung und des Empfangs wesentliche Teile dieser Unterhaltung mitgeschnitten. Ach, und genau, da hat sich jetzt so die eine oder andere Late-Night-Show auch drüber lustig gemacht, dass die drei, die vier waren es, aber den vierten habe ich nicht erkannt, sich offensichtlich über Trump unterhalten, ohne seinen Namen zu nennen. Aber doch auch über ihn lustig machen, so nach dem Motto, habt ihr gesehen, irgendwie der PK, der macht erstmal 40 Minuten PK, bevor überhaupt irgendwas passiert. Und dann sagt er dies und das. Und habt ihr gesehen, die Kinnlade seiner Leute, die sind auf den Boden gefallen, weil sie wieder nicht wussten, was er da geht. Was macht der Chef da? Was macht der Idiot da eigentlich? Und das war schon deutlich zu sehen. Also wenn die wirklich über Trump geredet haben, dann kann man das nicht anders interpretieren, als dass sie sich wirklich herzlich lustig gemacht haben. Und ja, das muss schon wehtun, wenn jemand wie Boris Johnson sich über dich lustig macht. Also dann bist du schon, dann ist schon viel passiert. Fand er dann wohl auch nicht lustig, also die Late-Nights, die haben dann auch so Bilder von diesem Abschlussfoto gezeigt, wo die dann sich alle postieren. Und da sah Trump schon deutlich frostig aus und hat Blickkontakte mit den entsprechenden Gemieden und hat dann auch Trudeau ja als Doppelfaced oder Janusköpfig bezeichnet. Also das ist so eine kleine Glamour-Story am Rande, sind auch nur Menschen. Ja, gut, also das ist ja im Grunde auch, was solche Gipfel dann irgendwie zu interessanten Ereignissen macht. Wenn man da so ein bisschen, wie soll ich sagen, jenseits der Diplomatie doch mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann. Aber ich fand einfach das Interessante an dieser Veranstaltung in London, dass ganz offensichtlich diese NATO doch nicht tot ist. Also Macron zum Beispiel, Stichwort Hirntod, ist jetzt zwar nicht explizit zurückgerudert, der hat jetzt also nicht irgendwie mit einmal eine Lobrede. Er sagt, er bleibt dabei bei seiner Hirntod-These. Ja, aber er hat das jetzt so ein bisschen konkretisiert und vor allem so ein bisschen konstruktiver formuliert. Bei Hirntod würde man ja denken, Hirntod ist final, ja, da kann man im Grunde nichts mehr machen. Jetzt allerdings fordert er weiter zwar Antworten auf existenzielle Fragen, ja, was ja schon so ein bisschen konstruktiver klingt. Und er hat ausdrücklich begrüßt, dass ein Reflektionsprozess angestoßen worden ist. Das war so eine Initiative von Angela Merkel, die gesagt hat, naja, jetzt müssen wir irgendwie rauskommen aus dieser Hirntod-Sackgasse. Und jetzt soll also ein Reflektionsprozess angestoßen werden, mit dem Ziel zu definieren, wie man in Zukunft konstruktiver zusammenarbeiten will. Gerade auf der außenpolitischen Bühne, damit so Alleingänge wie jetzt von der Türkei in Zukunft möglichst vermieden werden können. Und da war Macron dann eben auch an Bord. Die NATO entscheidet ja immer einstimmig. Also insofern, na klar, ich meine, Macron kann jetzt auch nicht so ohne weiteres das Gesicht verlieren. Er steht auch gerade in Frankreich innenpolitisch enorm unter Druck. Gestern war in Frankreich Generalstreik wegen einer beabsichtigten Rentenreform. Müssen wir uns nochmal überlegen, ob wir das nochmal genauer aufgreifen wollen. Auf jeden Fall, Macron steht unter Strom. Und dass der jetzt nicht auf so einem Gipfel mit einmal sagen kann, sorry, hab mich versprochen, das ist irgendwie auch klar. Aber in der Sache ist er jetzt wieder an Bord und stichelt nicht weiter gegen die NATO. Insofern, das ist was, was mich persönlich an der ganzen Veranstaltung wirklich gefreut hat. Dass doch von allen Seiten ein gewisser Wille zu einem konstruktiven Dialog spürbar ist, denke ich. Auch die Türken zum Beispiel haben auf ihren polarisierenden Vorstoß letztlich verzichtet, eine Resolution zu verabschieden, die sich jetzt explizit gegen diese kurdischen Organisationen richtet. Da hat man die Türken auch wieder einfangen können. Also alle sind irgendwie wieder an Bord. Und das ist doch aus meiner Sicht jedenfalls ein positives Ergebnis. Diese Woche ist eine Studie des Umweltbundesamtes rausgekommen, Studie weiß ich nicht, nennen wir es mal Papier. Ein Papier. Ein Papier, das schon im Juni eigentlich verfasst wurde, damals als über das Klimapaket heiß gestritten wurde. Deswegen ist so, es anzunehmen, muss man annehmen, wurde das damals nicht veröffentlicht. Das ist ja nicht das UBA, was dafür zuständig ist, sowas zu veröffentlichen, sondern da muss dann immer das Umweltbundesministerium gefragt werden, weil das ja eine Unterbehörde des Ministeriums ist. Und vermutlich haben die gesagt, oh, das ist jetzt nicht so gut. Jetzt ist es, glaube ich, nicht offiziell veröffentlicht worden, sondern es wurde der Süddeutschen Zeitung zugespielt. Und in dieser Studie steht eigentlich nochmal schwarz auf weiß, was ja auch hier schon oft berichtet wurde, was überall schon berichtet wurde. Nämlich als Antwort auf die Frage, wie lassen sich eigentlich die Klimaziele im Verkehr erreichen, der ja besonders schlecht dasteht. Also in vielen Bereichen, Wirtschaftsbereichen sind die Emissionen seit 1990, die Treibhausgasemissionen zumindest ja leicht gesunken. Nur im Verkehr, da stagniert es immer mehr Autos, immer mehr Flugzeuge. Ja und fahren immer spritschluckendere Autos. Immer spritschluckendere Autos. Also da ist der Verkehr auf einem ganz schlechten Weg. Und die Bundesregierung hat sich ja das Ziel gesetzt, diese Treibhausgasemissionen runterzukriegen. Heute sind so 160 Millionen Tonnen CO2 Äquivalente pro Jahr und das soll halt in den nächsten zehn, gut zehn Jahren runter bis 2030 auf 98 Millionen Tonnen CO2. Also fast eine Halbierung. Und da ist halt die Frage, wie soll das gehen? Und das UBA, das Umweltbundesamt hat das halt mal untersucht und hat eine, würde ich mal sagen, aus Sicht der Autofahrernationen Todesliste aufgeschrieben. Da steht also drin, bis 2030 muss der Diesel um 70 Cent teurer werden, Benzin um 47 Cent teurer werden. Die Pendlerpauschale muss ganz weg, Privilegien für Dienstwagen, über die wir hier auch ausführlich gesprochen haben, müssen ganz weg Autobahnen. Auf Autobahnen muss ein Tempolimit von 120 Stundenkilometer gelten. Das Ganze soll ausgeglichen werden, die sozialen Härten, die dadurch entstehen, sollen ausgeglichen werden. Unter anderem dadurch, dass eben so in dem Gutachten oder in diesem Papier die Tonne CO2 bis zu 200 Euro kosten kann. Aber da kommt natürlich viel Geld rein, was dann eben an alle Bürger, Bürgerinnen mit einer Einmalzahlung pro Monat ausgeschüttet werden soll. Das sei sozial gerechter als das, was die Bundesregierung da jetzt plant. Da kann man auch wieder nur sagen, told you so. Also mal ganz ehrlich, das haben wir in der Lage jetzt, ich weiß nicht wie oft schon vorgeschlagen. Zu allererst erinnere ich mich, da waren wir mal irgendwo auf Reisen. War das nicht sogar, als wir da waren? In Bremen war das, glaube ich. In Bremen war das, genau. Das war im April schon in Bremen, wo wir zum ersten Mal diese Formel vorgestellt haben, dass man die Einnahmen einfach pro Kopf an die Menschen in Deutschland ausschütten könnte. Jedenfalls vielleicht nicht alle. Ja, es macht ja auch Sinn, einen Teil der Einnahmen für bestimmte klimafördernde Infrastrukturmaßnahmen einzusetzen. Aber dass man jeweils einen substanziellen Betrag der Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung direkt wieder an die Menschen ausschüttet, dann hat man nämlich genau den Effekt, dass derjenige, der viel CO2 produziert, zwar große Kosten hat, zugleich aber derjenige, der relativ wenig Importmonie hat, überproportional im Verhältnis jedenfalls profitiert. Auch wenn alle dieselbe Summe bekommen, profitiert man eben prozentual deutlich mehr, wenn man bislang wenig Importmonie hat. Das wäre dann also quasi sozialer Ausgleich und Klimaschutz in einer Maßnahme. Und das finde ich interessant, dass das das UBA jetzt im Grunde genauso aufschlüsselt und genau zum selben Ergebnis kommt, was wir da auch schon seit längerem gefordert haben. Genau, weil das ja auch wir uns nicht ausgedacht haben, sondern das sind ja Wissenschaftler und Studien, die das ausgearbeitet haben. Und denn das UBA sagt auch, das was die Bundesregierung bisher plant, das reicht nicht. Das gibt eine Klimaschutzlücke nach den bisherigen Plänen von 20 bis 30 Millionen Tonnen Treibhausgas. Wir haben es gesagt, die Bundesregierung will ja vor allen Dingen steuerliche Erleichterung. Sie will fördern, sie will Elektroautos fördern, sie will Elektroautos billiger machen, sie will alternative Kraftstoffe fördern, sie will das Bahnfahren billiger machen, indem die Mehrwertsteuer abgesenkt wird. Das bringt ein paar Cent oder ein paar Euro, ist also wahrlich keine Maßnahme, die jetzt das Bahnfahren signifikant billiger macht. Genau, sie wollen natürlich auch über den CO2-Preis, sehr gering, haben wir gesagt, das Benzin verteuern um drei Cent, was das alles genau bringt. Ja, das wollen sie jetzt berechnen lassen, die Ergebnisse sollen dann Anfang nächsten Jahres vorliegen. Also hier einfach nochmal, das sind im Kern keine neuen Erkenntnisse. Ich fand es einfach nur interessant, dass das Umweltbundesamt das wirklich so nochmal aufgeschlüsselt hat und dass Maßnahmen wären, die zu ergreifen wären, um diese Ziele zumindest im Verkehrssektor zu erreichen. Dass das Sorgenkind ist zurzeit. Weil das unter anderem das Sorgenkind ist, genau. Und mit rein spielt natürlich immer diese Frage, ist das sozial gerecht? Wir haben es gesagt, das, was die Bundesregierung plant. Nein, es gäbe Mittel. Und, und da kommen wir so ein bisschen zu der nächsten Info für euch, was in meinen Augen da immer ja auch mitspielt, ist, oh, wir müssen die Wirtschaft schützen. Das alles ist ja eine Riesengefahr, wenn wir unsere Wirtschaft auf eine kohlenstofffreie Zukunft umbauen. Das geht ja alles gar nicht. Da gehen ja Jobs verloren, da gibt es ja keine Kohleleute mehr, die in der Kohle arbeiten und, 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 und. Das ist ja alles ein Desaster. Und wir haben neulich mit einem Unternehmer zusammengesessen, wo, weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber mir das so ging, dass ich dachte, Mann, was für ein Quatsch und was für eine enorme Chance kann das bieten, wenn wir unsere Zukunft, wenn wir unsere Wirtschaft auf eine kohlenstofffreie Zukunft umbauen. Denn da muss man sich doch auch keine Illusionen machen. Das ist die Zukunft. Da fährt der Zug hin. Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir... In welcher Position man da jetzt sitzen will in diesem Zug, ne? Also, ob man da jetzt wie die Bundesregierung eher so im Bremserhäuschen sitzen will und meint, man kann diesen unabdingbar notwendigen Strukturwandel irgendwie aufhalten. Oder ob man hingeht und versucht, diesen Strukturwandel zu gestalten. Naja, Altmaier... Und idealerweise noch sozial gerecht zu gestalten. Ja, also Altmaier, der hat ja mit einem Klimaforscher ein Streitgespräch in der SZ geführt. Und sein Argument war, ja, ja, so nach dem Motto ich paraphrasiere, wir kennen die Zahlen, wir wissen, was die Wissenschaft fordert. Aber wir müssen die Leute mitnehmen. Wir müssen zwischen verschiedenen Interessen abwägen. Und wir können nicht einfach das alles eins zu eins umsetzen. Dann verlieren wir die Hälfte der Leute. Und da würde ich sagen, was diese soziale Frage angeht, hat er Unrecht. Denn das, was er jetzt da macht, ist sozial ungerecht. Und wenn das das Argument ist, dann müsste man das mit diesen Einmalzahlungen machen. Plus, dass die Wirtschaft ja... Also, ich glaube, da würde ich noch gerade einen Aspekt einbringen wollen. Ich glaube, ich glaube, dass... Also, du hast natürlich recht, Philipp. Das ist zwar nicht die Wahrheit, was Herr Altmaier an dieser Stelle argumentiert. Ich finde das auch unredlich. Das Problem ist nur, dass er, glaube ich, schon zutreffend die Befindlichkeit vieler Menschen wiedergibt. Es gibt schon viele Menschen, gerade Menschen, die vielleicht nicht so ein hohes Einkommen haben, die auf den ersten Blick vor einer CO2-Bepreisung große Angst haben. Nicht umsonst hat ja auch die SPD sich in diesem sogenannten Klimagipfel vor einigen Wochen sehr ambivalent, sehr widersprüchlich und sehr unklar verhalten und letztlich sogar selber eher auf einen niedrigen CO2-Preis hingewirkt, nachdem sie anfangs noch für eine sehr klimawirksame Maßnahme votiert hatten. Mit anderen Worten, es gibt einfach diese Angst in breiten Kreisen der Bevölkerung, weil man den Menschen einfach nicht deutlich genug sagt, hey, du wirst davon profitieren. Du wirst wirtschaftlich einfach mehr in der Tasche haben, wenn wir das so durchführen, weil du eben über diese Kickback-Zahlung letztlich entlastet wirst. Man könnte den Menschen ja einfach mal diese Angst nehmen. Das Problem ist halt einfach, er nimmt quasi die Sorgen, die schon da sind, entgegen und argumentiert dann auf der Basis quasi des Standes von heute anstatt, und das wäre eigentlich aus meiner Sicht die Aufgabe verantwortungsbewusster Politik, zum einen das zu tun, was sinnvoll ist, und zum zweiten dafür zu werben, indem man die Menschen davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist. Und da kommen wir also zu diesem Punkt, was machen eigentlich Unternehmen oder wie stehen die da? Und da ist es ja auch so, dass weite Teile der deutschen Wirtschaft von einigen, ein, zwei Dinosaurier-Branchen mal abgesehen, ja durchaus auch verstanden haben, wohin die Reise geht und sich darauf auch vorbereiten. Und ich fand das ganz interessant, wir haben uns diese Woche, nee, letzte Woche war es, mit dem Chef eines großen, mittelständischen IT-Unternehmens getroffen. Namen können wir nicht sagen, weil das, wie gesagt, ein Hintergrundgespräch war. Aber was sich da ganz interessant war, die wollen sich so eine Nachhaltigkeitsstrategie verpassen und wir haben uns da mal ein bisschen drüber unterhalten beim Mittagessen. Und da ging es einfach darum, was kann so ein Unternehmen machen in so einer Zeit, um in Zeit X zumindest den Fußabdruck, den CO2-Fußabdruck zu vermindern oder auf Null zu fahren oder zumindest klimaneutral zu werden. Also nicht mehr CO2 zu produzieren, als man auf anderer Seite irgendwie wieder einfängt durch andere Maßnahmen. Und da fand ich ganz interessant dran, also mein Eindruck war, ich fand das bei dem Gespräch interessant, dass ich das Gefühl hatte, das kann für so ein Unternehmen, so eine Mission, klimaneutral zu werden oder ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, das wäre für mich als Mitarbeiter geradezu die neue Seele, die neue DNA so eines Unternehmens. Wenn ich da arbeiten würde und Produkt XY verkaufen würde und dann erfahren würde und mir überlege, was mache ich hier eigentlich und immer mehr und immer mehr und immer mehr und was sind eigentlich die Kosten davon, die ich damit anrichte. Und dann sehe, ja so ein Unternehmen will in Zukunft dieses Geschäftsmodell weiter betreiben, aber so, dass das die Umwelt und das Klima nicht mehr schadet. Und dann ist die Frage, wie machen wir das denn eigentlich? Und dann Rendite und Nachhaltigkeit auf eine Ebene stellt und zu sagen, ja wir wollen Rendite machen, wir wollen Gewinne machen, aber wir wollen das so machen, dass wir das Klima nicht ruinieren und da Innovationen zu finden und da ein Unternehmen so umzubauen, dass das nicht irgendwie so irgendwo so als Corporate Social Responsibility irgendwo an die rechte Seite geflanscht wird, sondern ein Unternehmen so umzubauen, dass dieser Faktor integraler Bestandteil eines Unternehmens wird. Das fand ich super interessant und als wir da geredet haben, habe ich gedacht. Ja und das müssen wir uns ein bisschen auf den Punkt bringen, das ist ja jetzt zunächst mal so eine abstrakte Vorrede. Also der Punkt ist doch, dass die eine zentrale Maßnahme gemacht haben, die aus unserer Sicht tatsächlich vielversprechend ist, nun sind wir aber beide keine BWLer und deswegen wollten wir das einfach mal vorstellen, um auch zum Beispiel die Meinung von anderen Menschen hier vielleicht bei den Hörerinnen und Hörern einzuholen, die in Unternehmen Verantwortung tragen. Die haben nämlich eine zentrale Maßnahme gemacht in diesem Unternehmen, die ich total spannend finde. Das nennt sich Offsetting, das heißt also, sie haben sich verpflichtet für den kompletten CO2-Footprint, den kompletten CO2-Ausstoß des Unternehmens inklusive der Lieferkette, da gibt es auch so Zulieferfirmen und so, jeweils CO2-Kompensationen zu bezahlen. Also keine Ahnung, irgendwelche Aufforstungsprojekte in Südamerika oder so, jedenfalls Projekte, die dazu führen, dass der CO2-Ausstoß des Unternehmens per Saldo null ist. Das heißt, das Unternehmen stößt CO2 aus für Heizung, keine Ahnung, Strom und Zulieferungen und so, aber sie kaufen halt dann hinreichend Bäumchen, um unterm Strich bei einem CO2-Ausstoß von null zu sein. Weil diese Bäumchen das CO2 eben im Ideal für wieder einfangen. Machen sie natürlich nicht sofort, die müssen auch erst wachsen, das dauert alles ewig. Alles nichts, das Offsetting ist als solches aus vielen Gründen auch nicht so ganz unproblematisch. Aber die Grundidee ist, sie wollen quasi den kompletten CO2-Verbrauch neutralisieren durch Offsetting. Das kostet natürlich Geld und die Wirkung ist, dass dann der CO2-Ausstoß intern Geld kostet, weil eben die Verpflichtung da ist, die Selbstverpflichtung da ist, jede Tonne CO2 wiederum mit so einem Offsetting-Projekt zu neutralisieren und die Wirkung, die dabei rauskommt ist, so verstehen wir das jedenfalls, quasi, dass das Offsetting wie eine interne CO2-Steuer wirkt. Das heißt also, CO2 zu emittieren, kostet Geld, weil es die Verpflichtung auslöst, entsprechendes Offsetting zu bezahlen. Das liegt dann so auch an der Bilanz. Genau, das sieht man in der Bilanz halt auch und das hat aber einen weiteren Effekt und das finde ich fast noch spannender, wenn man dann Klimaschutzmaßnahmen ergreift im Unternehmen, die dann dazu führen, dass man weniger CO2 emittiert und die aber möglicherweise Geld kosten, dann werden die Kosten dieser CO2-Einsparung jedenfalls teilweise dadurch kompensiert, dass man ja Offsetting-Kosten einspart. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel den Stromanbieter wechselst und dann auf CO2-neutralen Strom umstellst, dann kostet dieser Strom vielleicht, keine Ahnung, zwei Cent mehr pro Kilowattstunde. Im Gegenzug aber sparst du natürlich die Offsetting-Kosten für diesen Strom, weil der da eben kein Offsetting mehr anfällt, weil dieser CO2-Ausstoß wegfällt und nicht mehr kompensiert werden muss. Und die Idee dabei ist, finde ich, total sexy, weil das zum einen das Offsetting als solches schon zu einem Druck hin zur Einsparung führt und zugleich kostenintensive Einsparungsmaßnahmen, ja, teurer Strom wird eingekauft, dazu führen, dass auf der anderen Seite der Bilanz weniger Kosten anfallen, was natürlich solche Einsparmaßnahmen wiederum attraktiver macht. Finde ich total spannend. Genau, und da wäre, das dachte ich auch, da saß ich auch, da ist ja interessant, so eine Art interner CO2-Preis, also wenn der Staat das schon nicht macht oder so nur 10 Euro verlangt, dann baut man sich als Unternehmen halt einen höheren eigenen CO2-Preis pro Tonne und guckt mal, welche Effekte das hat. Und das würde mich mal interessieren, ob es da bei euch Leute gibt, unter euch Hörer, Hörerinnen, die damit a, entweder Erfahrung haben oder vielleicht auch eine Studie kennen oder so, oder sagen, es ist alles totaler Kokolores, weil ihr überseht A, B, C. Würde uns echt interessieren. Das würde mich mal interessieren, ja, das würde mich mal interessieren. Zum Schluss noch, wie versprochen, ein Update zu unserer IBAN-Recherche. Erstmal sagen wir, danke, 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 danke. Ja, ehrlich gesagt, extrem cool, dass also wirklich eine deutlich vierstellige Zahl an Menschen sich die Zeit genommen hat, uns wenigstens einen Cent zu überweisen und bei unserem kleinen Crowdsourcing mitzumachen. Wir sind einfach total überrascht und total fasziniert und wahnsinnig dankbar. Jetzt auch für das Geld, das dabei reingekommen ist, ist natürlich auch ganz toll, aber vor allem aber auch für eure Motivation und eure Solidarität, dass ihr einfach sagt, komm, die Lage, will da so ein kleines Crowdsourcing machen, will da mal rausfinden, was ist Phase, da mache ich mit, dann nehme ich mir drei Minuten Zeit, setze mich an den Computer ab, finde ich total cool, herzlichen Dank. Genau, also es haben sich jetzt Stand gestern, Donnerstag, über 1300 Leute von euch hingesetzt und eine Überweisung, nee, so rum, dieses Formular ausgefüllt, wir gehen mal davon aus, dass auch alle überwiesen haben, die da was ausgefüllt haben, also gut 1300 Leute und dafür auch danke, also viele von euch haben natürlich, nicht natürlich, aber haben mehr als einen Cent überwiesen, da sind also jetzt über 5000 Euro reingekommen, das ist natürlich spektakulär und an dieser Stelle wirklich danke für eure Unterstützung, für diese Spenden, aber auch für all die anderen Spenden, die ihr macht, das hilft furchtbar enorm, auch gerade in so Phasen, wo dann mal weniger Werbung gebucht wird und so, da sind wir ganz entspannt und schlafen ruhig, weil wir wissen, dass wir euch im Rücken haben und das ist eine unglaublich komfortable Sache und da fallen auch alle in Ohnmacht, die in dieser ganzen Branche davon erfahren und denen wir das natürlich so erzählen, wie macht ihr das denn und die gucken uns immer alle an und sagen, was habt ihr denn da für Leute, so, das ist ja Wahnsinn und so ist es halt und deswegen. Ja, einfach ganz, ganz tolle Hörerinnen und Hörer, ganz einfach. Genau, also und dann jetzt aber zu den inhaltlichen Ergebnissen, da war ja die Frage, gibt es eigentlich Probleme von deutschen Girokunden auf ein niederländisches, in unserem Fall Konto Geld zu überweisen und wir haben gesagt, gut 1300 irgendwas Überweisungen gab es und knapp 70, 68 davon haben nicht geklappt, das heißt, da habt ihr einen Screenshot gemacht und in dem Formular gesagt, hat nicht funktioniert und ihr habt den Screenshot hochgeladen, das sind ungefähr 5 Prozent, knapp 5 Prozent der Überweisungen, die ihr getätigt haben, die haben aus dem einen oder anderen Grund nicht geklappt und das betrifft eine Menge Banken, das sind in der Mehrheit Sparkassen, das liegt aber auch daran, dass es natürlich sehr, sehr viele Sparkassenkunden und Kundinnen gibt, deswegen tauchen die dann natürlich sowas dann auch überdurchschnittlich oft auf, aber das sind schon auffällig, das sind sehr viele Sparkassen quer durch die Republik, es sind aber auch Genossenschaftsbanken wie die Berliner Volksbank oder was hatte ich hier noch, die VR, Genobank, Donauwald ist glaube ich auch eine Genossenschaftsbank und dann gab es aber auch, die großen waren auch mit dabei, Commerzbank, Konsors, Deutsche Bank, Targo Bank, Santander, also da waren viele Banken dabei, bei denen es Probleme gemacht hat und das Interessante war natürlich jetzt die Fehlermeldung, woran liegt denn das nun? Und da gab es die Fehlermeldung, die erstmal auf den ersten Blick ein bisschen absurd wirken, also dann hieß es bei der 1822 direkt, also Frankfurter Sparkasse, die eingegebene IBAN entspricht nicht dem Format für eine deutsche IBAN. No shit. You don't say. You don't say, mal ganz ehrlich, das ist klar, dass eine IBAN, die mit NL anfängt, wie Niederlande, dass die nicht dem deutschen Format entspricht, aber da muss man doch mal ganz ehrlich sagen, absurd, dass das überhaupt getestet wird, ob es eine deutsche IBAN ist, oder? Achso, und dann die Commerzbank oder bei der Deutschen Bank war schlicht, bitte geben Sie eine deutsche IBAN ein. Oder Commerzbank sagt, keine Rechte für Ausländ, für ausländische Überweisungen, bitte Beraterfragen. Und ich habe dann aufgrund jetzt auch dieses Feedbacks mal bei dem Bankenverband angerufen, also das ist der Lobbyverband der privaten Banken und auch beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband, also das ist die Lobbyvereinigung der Sparkassen- und Girobanken. Und die haben, sag mal, die haben natürlich gesagt, hey, wir sind jetzt am Telefon, wir haben diese, natürlich haben wir diese Screenshots nicht geteilt und auch denen keinen Zugriff auf die Daten gegeben, sondern ich habe denen das mündlich erklärt, was der Fall ist. Und die haben gesagt, okay, können wir jetzt im Einzelfall nicht sagen, wir spekulieren, aber, und da fand ich kam ein, zwei ganz gute Hinweise. Das eine ist, bei vielen, bei einigen Banken muss man offensichtlich, wenn man eine Überweisung tätigt, unterscheiden, ist das eine Inlands- oder eine Auslandsüberweisung. Die Default-Einstellung ist natürlich eine Inlandsüberweisung. Ja. Und wenn ich eine Auslandsüberweisung machen will, muss ich auf Auslandsüberweisung klicken. Und man sieht das auch in einigen Screenshots, dass es diese Option durchaus gibt, bei Sparkassen zum Beispiel. Erstens, also das heißt, das macht dann natürlich auf eine Art, so komisch das auch ist, aber Sinn, wenn man natürlich auf Inlandsüberweisung klickt oder das nicht ändert, auf Auslandsüberweisung eine ausländische E-Bahn eingibt, dass dann das System sagt, das ist aber eine Auslandsüberweisung, das geht hier nicht. Der zweite Punkt, und das ist auch in den Fehlermeldungen aller Sparkassen drin, die da sinngemäß bedeutet, es gibt für diesen Empfänger im Ausland keine Genehmigung. Und das deutet darauf hin, dass man Auslandsüberweisung erst freischalten muss. Und da sagen auch die Vertreter von diesen Bankenverbänden, ja, das ist ein Sicherheitsfeature. Es gibt Konten, nicht mal bankenweit, sondern bestimmte Kontenmodelle, wo Auslandsüberweisungen erst freigeschaltet werden müssen. So, das mag zumindest einige dieser Fälle erklären. Was denkst du? Ja, in der Tat, das dürfte einige dieser Fälle erklären, denn das hat uns zum Beispiel auch ein Mensch in den Kommentaren geschrieben zur letzten Folge, Sebastian, der sagt, dass er für eine Bank arbeitet, finde ich auch ganz plausibel. Der sagt eben, das hat nichts mit einer Diskriminierung zu tun. Hierbei geht es in erster Linie um den Schutz der Kunden. Wenn ein Überweisungsbetrug durchgeführt wird, wird das Geld in der Regel in das Ausland überwiesen. Und hierbei ist es sehr unwahrscheinlich, dass man das Geld jemals wieder sieht. Das ist vermutlich richtig so. Allerdings sind die Rechtsfolgen nicht korrekt dargestellt. Denn wenn eine solche unautorisierte Überweisung vorgenommen wird, dann haftet nicht etwa der Kunde oder die Kundin, sondern zunächst mal die Bank, weil sie nämlich das Geld des Kunden oder der Kundin ohne wirksame Weisung ins Ausland transferiert hat. Das heißt, dieses Vorgehen dient also vor allem dem Schutz der Bank und nicht dem Schutz der Kunden vor Ausfällen infolge Phishings. Nun kann man natürlich immer noch sagen, mittelbar sparen natürlich auch die Kunden, weil die Banken die Ausfälle durch das Phishing ja irgendwie über Kontoführungsgebühren zum Beispiel wieder umlegen müssen. Aber zunächst mal dient das vor allem dem Schutz der Banken vor solchen Ausfällen. Die Banken können nämlich nur im Ausnahmefall mit einem Schadenersatzanspruch gegen die Kontoinhaber aufrechnen. Nämlich dann, wenn sie den Kontoinhaber nachweisen können, dass sie irgendwelche Sorgfaltspflichten aus dem Kontovertrag verletzt haben. Also in aller Regel muss man sagen, ist Phishing ein Problem der Banken und nicht der Kundinnen und Kunden. Ja, das muss man immer voranstellen. Insofern zu sagen, das ist ein Sicherheitsfeature, das ist nur für die Kunden gedacht, das ist so ein bisschen kurzsichtig. Ja, okay, das ist das eine. Und zu dem anderen, also ich habe denen das auch gesagt, ich als Kunde finde das merkwürdig, wenn ich in ein Überweisungsformular eine IBAN eingebe und dann vorher irgendwie noch ein anderes Formular für Auslandsweisung innerhalb der EU auswählen muss. Wenn ich auf die Bahamas was überweise, fine, da würde ich jetzt noch drauf kommen, Auslandsüberweisung, maybe. Auf der anderen Seite, wenn ich das aber innerhalb der EU mache und ja nun dieses IBAN-System habe, wo vorne die Ländererkennung dran steht, dann finde ich das merkwürdig, von der Usability her noch trennen zu müssen, extra irgendwo Auslandsüberweisung anklicken zu müssen. Das ist einfach nicht mein Selbstverständnis. Ja, das würde ich auch sagen, Philipp. Also das kann man, glaube ich, schon mal als konkrete Anregung formulieren. Liebe Banken, Formulare für Auslandsüberweisung sollten Formulare für Überweisung außerhalb der EU sein und Deutschland und EU sollte einfach in einem Formular zusammengefasst werden. Denn man kann das eine ja Weltüberweisung nennen und das andere EU-Überweisung oder so, dann weiß jeder, was gemeint ist. Oder man schreibt DE und EU-Überweisung oder so, dann weiß auch jeder, was gemeint ist. Also das sollte schon klar sein. Mindestens aber sollte die Website so schlau programmiert sein, dass sie, wenn man in das Deutschlandfeld NL irgendwas eingibt, automatisch sagt, möchten sie vielleicht eine Auslandsüberweisung ausführen, auch wenn das eine falsche Bezeichnung ist oder eine irreführende Bezeichnung, anstatt einfach nur zu sagen, geht nicht. Also das ist aus Usability-Perspektive ein Problem. Dann zweites Problem, wie steht es damit, dass Auslandsüberweisungen und selbst dann, wenn sie in EU-Länder gehen, generell erst mal bei Default geblockt sind, was offensichtlich bei vielen Banken der Fall ist. Bei vielen Banken und Kontomodellen, das können wir jetzt nicht so sagen, es sind ja auch viele durchgegangen, das muss man einfach auch sagen. Aber bei vielen Banken gibt es ein Problem, wenn es auch nur 5 Prozent der Fälle betrifft, aber es sind jedenfalls zahlreiche Banken, wo es ein Problem gibt. Genau, und da ist die Frage, soll das Genehmigungspflicht geben? Muss das erst freischalten? Muss ich erst in meine Filiale, ich habe das jetzt nicht genau geguckt, wie da der Workflow ist, ob du da anrufen kannst, ob du da hingehen musst, ob du das per Telefonbanking machen kannst oder so, aber musst du deine Auslandsüberweisung erst freischalten? Also da würde ich denken, gerade wie du das auch geschildert hast, weil da geht es in erster Linie um die Sicherheit der Banken, dass die keinen Ärger mit Phishing haben, weil sie dir den Schaden eh ersetzen müssten. Und da würde ich dazu tendieren zu sagen, gebt das frei, Auslandsüberweisung zumindest ins innereuropäische Ausland, standardmäßig in einem Formular wie deutsche Überweisung auch. Von mir aus, wenn es da um Sicherheit geht, guckt die Bank da halt nochmal drauf, das geht dann halt einen Tag später oder eine halbe Stunde später oder wie auch immer durch und die Bank guckt nochmal drauf. Und wenn es einen Verdachtsfall gibt, dann wird der Kunde die Kundin eben angerufen. Genau, das finde ich den besten Komplex. Wie oft passiert das? Also wie oft passiert das, dass die Leute ins europäische Ausland überweisen und es wirklich einen signifikanten Anhaltspunkt dafür gibt, dass das fishy ist? Das gibt es, aber ich habe das Gefühl, das sind Fälle, wo dann die Leute auch mal angerufen werden können. Sagen Sie mal, hier ist Herr Mayer von Spanien, sagen Sie mal, haben Sie da gerade 10.000 Euro nach Spanien überwiesen? Ist das richtig? Ja, okay, alles klar, gut, danke. Dann alles okay. Das finde ich eigentlich den Sinn von Kompromiss, denn diese Sperrung, dass Auslandsüberweisungen prinzipiell erstmal nicht möglich sind, sind relativ eindeutig europarechtswidrig, weil es eine Diskriminierung der Empfängerinnen und Empfänger auf der Grundlage der IBAN ist. Das bestreiten die Bankenverbände, ne? Ja klar, das habe ich Ihnen auch gefragt. Also ich habe Sie auch gefragt, ist das nicht illegal? Nein, Sicherheit. Ja, wollen wir doch mal sehen. Da haben uns also verschiedene Hörerinnen und Hörer darauf hingewiesen, dass man natürlich auch sich direkt beschweren kann. Also wir haben den Marktwächter ja schon in der letzten Folge, glaube ich, kurz erwähnt. Der Marktwächter ist so ein Meldeportal des Verbraucherzentralen Bundesverbands für Verstöße gegen Marktvorschriften, die Kundinnen und Kunden beeinträchtigen. Also wenn man da ein Problem hat mit seiner Bank, kann man das direkt über diesen Marktwächter des Verbraucherzentralen Bundesverbands melden. Marktwächter.de-beschwerde ist das, glaube ich. Marktwächter.de-beschwerde, okay. Okay, packen wir in die Shownotes. Und das finde ich nämlich problematisch. Das muss einfach nicht sein. Wie gesagt, es dient nämlich nicht dem Kunden, es dient nur der Bank. Und außerdem gibt es für die Bank eine wesentlich kundenfreundlichere Variante, nämlich, dass es in der App oder in der Website erstmal funktioniert. Und wenn die Bank dann tatsächlich von ihrem internen Risikomanagement eine rote Lampe kriegt und sagt, na, diese Überweisung sieht komisch aus, die passt überhaupt nicht in das Zahlungsprofil unseres Kunden, dann kann man ja mal kurz anrufen. Aber es ist jedenfalls sehr kundenunfreundlich, wenn man an seinem Webbrowser sitzt und es erstmal nicht geht und man dann irgendwie hinterher rennen muss, dann hängt nämlich der Kunde in der Warteschleife. Und heutzutage haben Banken ja doch in aller, aller Regel die Handynummer ihrer Kundinnen und Kunden. Dann ruft man da eben mal an und dann ist die Überweisung eben ein, zwei Stunden später auch freigeschaltet. Es gibt natürlich Missbrauchspotenzial, ist klar. Natürlich kann es irgendwelche Roboter-Calls geben, sagen Sie, Sie haben gerade, von Ihrem Konto wurden gerade 10.000 Euro abgebucht. Bitte schnell melden, hier PIN eingeben, um das zu unterhalten. Aber sorry, wäre einfach mal so eben, wenn irgendwer Ihnen anruft, die PIN eingebt, dem ist Ihnen nicht mehr zu helfen, Philipp. Also ganz ehrlich, natürlich kann man sich irgendwelche gruseligen Missbrauchsszenarien überlegen, aber ich denke, das kann nicht rechtfertigen, dass man in einem europäischen Zahlungsraum weiterhin europäische Konten diskriminiert. Das kann einfach nicht wahr sein. Da, finde ich, muss man jetzt noch ein bisschen Druck machen, damit die letzten 5 Prozent, 5 Prozent der Banken ist natürlich jetzt nicht ganz sauber. Wir haben jetzt in unserer Stichprobe 5 Prozent der Zahlung. Na gut, aber dass jedenfalls die letzten Banken da noch nicht mitmachen. Denn wie gesagt, es gibt ja auch schon Banken, bei denen das gut klappt. Wir haben einige Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, dass es genauso gelaufen ist, wie wir jetzt auch vorgeschlagen haben. Nämlich hat erst mal alles geklappt. Ein paar Minuten später, Stunde später kam der Anruf und dann konnte man sagen, ja, passt und gut. Das habe ich übrigens selber auch schon mal erlebt. Ich glaube sogar, als ich Geld zu Bank, zu Bank, zu unserem Konto überwiesen habe, weiß ich nicht mehr, Philipp, auf jeden Fall irgendwann mal bei einer Auslandsüberweisung kam auch ein Anruf von meinem Volksbankberater, der dann sagte, Herr Burmeier, passt das so. Also das wäre, glaube ich, der Weg. Ja, gut. Ach, genau, in diesem Sinne denke ich, sind wir durch für diese Folge. Würde ich auch sagen. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Eine Erkenntnis aus der Umfrage war ja, dass es durchaus viele Menschen gibt, denen eine Stunde bis anderthalb gerade lang genug ist. Genau. Deswegen, also schönen Gruß an diese Fraktion. Das ist die Mehrheit. Aber gesagt, genaue Auswertung kommt in der nächsten Folge. In diesem Sinne, einen schönen Start ins Wochenende, entspannte Tage und bis ganz bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.